Rund um den Brustringen. Der Podcast. Rund um den VfB Stuttgart. Hallo, hier ist Roberto Hilbert. Hallo, hier ist Peter Reichert. Hallo, hier ist Andi Buck. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustringen. Herzlich Willkommen zum Podcast Rund um den Brustringen. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 124. Thema ist heute das 1 zu 1 des VfB am vergangenen, dem vierten Bundesligaspieltag bei der Eintracht aus Frankfurt. Und wir haben heute wieder zwei Gäste dabei, bzw. ich habe heute zwei Gäste, weil ich bin heute der Einzige von Rund um den Brustringen. Den ihr hört. Unser erster Gast heißt Olli, ist bei Twitter zu finden unter atdergudeadler und man denkt sich bei dem Twitter-Händel, er ist Eintracht-Fan. Hallo Olli. Hi, schön, dass ich dabei sein darf. Und unseren zweiten Gast, den habt ihr, das hatte ich mir gerade im Vorgespräch noch gesagt, genau vor einem Jahr, also wir schreiben heute den 14. September 2021 und genau vor einem Jahr haben wir schon mal mit ihm gesprochen und zwar damals über das Pokalspiel in Rostock. Herzlich willkommen, Frank bei Twitter zu finden unter atfrankteufel. Hallo, schön, wieder da sein zu dürfen. Nach genau einem Jahr, so schließt sich der Kreis. Gut, da wir ja den Frank schon vor einem Jahr gehört haben und er sich damals schon vorgestellt hat, brauchen wir ihn nicht mehr vorstellen. Aber den Olli, den kennen wir noch nicht. Olli, erzähl mal, wie bist du SGE-Finn geworden? Ah, das ist eine ganz witzige Geschichte. Ich bin, also erstmal, hi, ich bin Olli, 23 Jahre alt, also noch gar nicht mal so lange dabei beim Fußball. Ich hatte lange Zeit, meine Lieblingsmannschaft waren die wilden Kerle, wie man das eigentlich so kennt. Ich hatte super viele Werder Bremen- und Bayern-Fans um mich herum. Ich habe auch, glaube ich, von irgendeinem entfernten Cousin mal als erstes und letztes dieses klassische eine Bayern-Bettwäsche gehabt, in der ich auch tatsächlich ein bisschen geschlafen habe. Allerdings wurde ich dann, und ich kann es ziemlich genau datieren, 2007 mit der Eintracht sozialisiert. Und zwar begab es sich in der lieben thüringischer Seite von der Rhön, dass sich bei unserer, ich will nicht sagen Stammgaststätte, aber man könnte es schon so nennen, wo wir immer oft mit der Familie essen waren, begeben hat, dass der Wirt Eintracht-Fan war. Und dadurch, dass es ja so die Zeit von Fußballkarten waren und irgendwie ich das erste Mal FIFA auf Nintendo gespielt habe, habe ich halt gesehen, okay, der ist Eintracht-Fan. Das ist also mal ganz interessant. Also habe ich angefangen, die Fußballkarten für ihn zu sammeln und dann auch eben, wie gesagt, auf Nintendo dann mit der Eintracht dann Fußball, Bundesliga oder damals Zweite Liga zu spielen und habe mich da so ein bisschen drin begeistert. Und er hat das dann gesehen und hat mich zugeschissen, wenn ich das mal so sagen darf, mit Merchandise von vor 30, 40 Jahren. Also ich habe hier einen Wimpel hängen, da ist der Pokalsieg von 88 nicht drauf und Plakate und sonst was und hat sich dann, ja, bei mir so quasi dann der Eintracht gewidmet. Und dann waren wir irgendwann mal zusammen das erste Mal im Stadion, äh, nicht im Stadion, sondern zu irgendeinem Testspiel von der Eintracht, wo ich das mal ganz nah erleben durfte. Und da war es halt um mich geschehen und ich war lange Zeit, wie man das halt als Kind so ist, so sympathisant. Ich würde es nicht richtig Fan nennen, ich war schon Eintracht-Fan, aber ich war schon eher noch sympathisant. Und dann vor allen Dingen so die letzten, ja, fünf Jahre, sieben Jahre ist es halt immer mehr gewachsen, immer mehr extremer auch geworden. Ich war, also Peak ist, glaube ich, auch jetzt. Ich war ja, äh, letztes, ähm, letzte Saison war ich eine Zeit lang bei sgeforever.de. Das ist vielleicht so den Fußball-Medien-Leuten auch so ein Begriff. Da war ich fünf Monate lang und, ähm, ja, hab mich da halt dann jetzt sehr intensiv mit Eintracht beschäftigt. Bin auch, ja, hab ja auch selber einen Podcast, der Appleweil mit Cola heißt. Und, äh, hab einen YouTube-Kanal dazu, wo auch Erik dann zu Gast war. Also, das hat sich dann irgendwann sehr, sehr schlimm radikalisiert, ähm, ja. Und so, dass du am Ende hier gelandet bist. Und so, dass ich am Ende hier gelandet bin. Was mich sehr freut, also, ist auch für mich so eine, so eine, so eine Wertschätzung, wo ich sage, dass auf einmal dann, äh, Lennart von euch, äh, mir dann geschrieben hat oder so ein Tweet gesetzt hat und mich gleich gefragt hat. Also, ich wurde auch dann nicht irgendwo vorgeschlagen, sondern ich wurde dann gleich gefragt und, äh, ja, it's an honor. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, und auch, äh, guter Hinweis an, äh, Marcel Sabitz, man kann in Bayern-Bettwäsche schlafen und trotzdem am Ende bei einem vernünftigen Verein landen. Ähm, ja, aber das ist, das ist aber jetzt sehr verwirrend. Also, bezeichnest du jetzt Leipzig als ein vernünftiger Verein oder Bayern, weil er jetzt doch wieder dort spielt? Nein, 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 das war ein Hinweis für ihn, weil der ist ja, der ist ja, der ist ja zu Bayern gewechselt, das hat er ja auch gesagt, also, weil eigentlich schon immer, ne, Bayern-Bettwäsche war schon immer bei ihm. Ähm, und du bist sozusagen das leuchtende Beispiel für ihn. Achso, okay, gut. Also, ich habe eigentlich die Eintracht und dich gelobt und, äh. Du warst bei Sabitz und nicht die Trikots, die er jährlich zu Weihnachten kriegt hat? Ja, da gab es auch die Bilder. Der hatte ja keine Bettwäsche, der Ärmste. Irgendwas, da gab es auch die Bilder. Das war sehr, sehr schön. Also, das ist auch eine tolle Geschichte, dass man dann da rüberkommt und jeder, der von Leipzig wegkommt, ist mir gleich sympathisch. Und, äh, nicht nur wegen Ilse oder wegen unserem Sportdirektor, Sportvorstand. Naja. Gut, ähm, bevor wir jetzt gleich über das Spiel sprechen, äh, nochmal drei Fragen an dich. Unsere berühmten drei Fragen, die wir jedem Gast stellen. Dein erstes Spiel im Stadion, du hast es gerade schon, glaube ich, gesagt, war ein Testspiel von der Eintracht. Kannst du dich noch erinnern, gegen wen und wie es ausging? Äh, das war, also, äh, ja, es war ein Testspiel, aber es war auch nicht im Stadion. Und, ähm, ja, es war auf irgendeinem Acker, äh, gegen, gegen Nordhausen, äh, ein Testspiel, also bei uns in Nordthüringen. Und, ähm, ja, das erste Spiel, was ich tatsächlich erst bei der Eintracht dann im Stadion gesehen habe, war ein Heimspiel gegen Werder Bremen. 2, 16 oder 2, 15, da bin ich mir gerade nicht so sicher. Also, ich glaube, es war aber auf jeden Fall noch, ich glaube, da habe ich mir gerade so ein Bart wachsen lassen. Also, es war noch, es war noch vielleicht so, ja, ungefähr so 2, 15, 16. Und, ja, genau, Werder Bremen und wir haben 2, 1 gewonnen. Das war doch bestimmt das Spiel, wo die Eintracht den Klassenhalt klar gemacht hat und wir abgestiegen sind so ungefähr. Wie mit, fast, im Sommer oder im, äh, im, äh, oder eher im Frühjahr oder im Herbst irgendwann. Ich betreibe kurz Hintergrundrecherche. Mach das mal. Ähm, aber vielleicht kannst du mir währenddessen noch die andere Frage beantworten. Dein erstes Trikot? Ja. Mein erstes Trikot war, äh, von der Saison 16, 17, das Auswärtstrikot. Und zwar habe ich ja, wie ja auch gerade gesagt, ich bin ja erst relativ später dann sehr radikalisiert worden, äh, was die Eintracht betrifft. Und da hatte ich vorher Ewigkeiten nie in den Trikot besessen, weil Nummer 1 habe ich nicht gerade die fußballbegeisterten Eltern, die das einem dann zu Weihnachten schenken. Ähm, sondern das haben dann, äh, für mich zum 17. oder 16. Geburtstag meine Freunde machen müssen. Zum 17. glaube ich dann. Und, äh, das war einmal nämlich ein Fantrikot, was Heimtrikot ist. Und dann einmal von, äh, Marc Stendera mit der Nummer 21 das Auswärtstrikot als richtiges. Und, äh, ja, das hat auch eine sehr bewegende Geschichte, ähm, weil es halt auch das Erste war und lange Zeit auch das Einzige, ähm, tolle Sieger mit dem Stadion gesehen. War auch so ein bisschen ein Glücksbringer für mich geworden. Ähm, und, ja, auf jeden Fall das. Sehr gut. Und, äh, zuletzt, ähm, dein Platz im Stadion, wenn du mal im Stadion bist, im Waldstadion. Also, wir waren eigentlich bisher immer, also wirklich fast wirklich immer, und deswegen war es für mich auch immer einer der schönsten Plätze, ähm, auf der, auf der eigenen, auf der, wie soll ich sagen, ich bin mit den Stadionbezeichnungen bin ich ganz schwierig. Auf jeden Fall, ähm, ich glaube, ähm, ich glaube, so ein bisschen unter dem Familienblock war das, sodass du relativ nah bei den Spielern bist, aber doch noch in der Länge vor allen Dingen auch diese gewohnte, ähm, seitliche Sicht, äh, auf das Spielfeld hast, aber gleichzeitig auch, ähm, dich die Spieler hören können, wenn du sie anbrüllst. Oder vor allen Dingen der Schiri dann. Ähm, und, ja, das so an der Stelle. Und ich habe jetzt gerade das Bild auf Instagram rausgesucht und das müsste, ähm, das müsste im November 2015 gewesen sein, wenn nicht Dezember 2015. Ja, ich habe es gerade gefunden, letzter, also 17er Bundesliga-Spieltag, dann war das das Hinspiel zu dem, zu dem Rückspiel, äh, wo dann der VfB abgestiegen ist. Bremen gewinnt gegen die VfB, steckt trotzdem ab. Egal, ähm, lustige Anekdote dazu, wir waren, äh, wir waren mit, äh, also ich war mit drei Freunden dort, der eine war ein bisschen sozialisiert von Frankfurt, äh, weil der da aus Hessen Familie hat, äh, der andere war neutral und das andere war ein Werder-Bremen-Fan. Und, äh, ich hatte noch erzählt, ja, wir haben, es kam diese Warnung, weil ich halt die verschiedenen Blöcke durchgeschaut hab, ähm, dass man halt nicht unbedingt, wenn man gerade da beim Heimblock, beim Stehblock ist, äh, dass man da nicht unbedingt, äh, die Farben des gegnerischen Vereins tragen sollte. Aber wir saßen komplett auf der anderen Seite und mein bester, äh, Freund zu der Zeit hat sich wirklich, der Werder-Fan hat sich nicht getraut, äh, ein Werder-Trikot anzusehen, sondern ist mit einem schwarz-roten Hemd dann, ähm, ähm, zu dem Spiel gekommen. Also ist er komplett untergetaucht und, äh, das Spielergebnis war dann natürlich auch entscheidend und bezeichnet dafür, dass es für ihn dann ein gebrauchter Tag war, aber für uns dann, oder für mich dann umso schöner. Ja, äh, äh, ja, sehr schön. Und damit hast du mir auch die perfekte Überleitung geschaffen, äh, denn wer, äh, ein bisschen VfB-Twitter verfolgt hat, äh, Frank, der hat eine Dame gesehen, die das, den späten Ausgleich von Oma Mamouch doch, äh, relativ energisch gefeiert hat und auch, äh, relativ deutlich vor, relativ vielen schwarz-roten Hemden. Hast du die auch gesehen? Auch gesehen und, ähm, ich weiß nicht, irgendjemand hat auch die Diskussion, glaub ich, aufgemacht, ob nur er das unverschämt findet, wenn man im Gastrikot praktisch sich so, ähm, aufführt, find ich auch. Also fand ich interessant, mir war das erst gar nicht so bewusst, aber ich glaub, ich hätte mittlerweile gar nicht mehr den Mut, mich mit dem Trikot dann so vor den anderen Fans zu, wobei ich find's eigentlich nicht so schlimm. Ja, es kommt ein bisschen drauf an, wo man ist, also wenn ich jetzt in der, in der Nordwestkurve war, dann, äh, also es sieht für mich so an der Seite irgendwo aus. Ja, ja, ich denk auch, das war irgendwo Halbtribüne, Haupttribüne auch mit diesem... Also im Heimbereich hast du nichts verloren, äh, aus meiner Sicht und, und, und ich muss auch sagen, also, wobei ich das dann immer auch mit diesen Abgrenzungen, weil ganz ehrlich, für uns reicht ja schon lang kein Gästeblock mehr, wenn wir irgendwo hinfahren. Also wenn wir uns daran halten müssten, dass wir nur im Gästeblock uns aufhalten, dann wäre es ein bisschen schwierig, von daher. Ja, die Durchmischung ist ja schon eigentlich regelmäßig da, aber ich würde mich jetzt, also Frankfurt finde ich auch so ein Pflaster, da hätte ich mich wahrscheinlich auch nicht so. Ja. So, aus meiner Erfahrung, ich hab in Frankfurt studiert und war früher viel bei der Eintracht so, also neutral zugucken. Ähm, auch noch im Altenwaldstadion, in dem zugigen, lüftigen Stadion. Ähm, und von daher, also, da ist ja schon auch immer viel Emotion und Druck drin, also schon immer in dem Verein. Von daher, würde ich es mir da, hätte ich es mir da an den Falschen gerätzt, dann... Ja, ich hatte das mal, ich war mal auswärts St. Pauli mit dem VfB und da waren zwar St. Pauli-Fans halt mit in den Gästeblock gekommen, aber die hatten halt unter ihren Sachen, da hast du halt unten so ein braun-weiß gestreiftes Trikot rausflogen sehen, also, naja. Ja, gut. War auch nicht so klug. War das Tor, war das Spiel, glaube ich, wo Sven Schiplock uns Richtung Klassenheit geschossen hat. Egal, wir gucken jetzt mal auf das 1 zu 1 vom vergangenen Sonntag, übrigens apropos Stadion, das war auch das erste Mal seit Dezember 2019, dass ich wieder im Stadion war. War sehr interessant. Ich weiß nicht, du, Frank, du warst nicht da, oder? Warst du auch da? Nee, ich war nicht da. Ich war noch im Urlaub, also, ich hab's im Ausland angeguckt. Sehr gut, sehr gut. Und, Olli, du hast mit dem Erik, unserem Erik von AdKinoCast im Stream verfolgt. Genau, wir haben's zusammen als Watchparty geschaut und, ja, war trotzdem sehr angenehm. Ich würde mir's natürlich wünschen, endlich mal wieder ins Stadion zu gehen, weil ich war auch, glaube ich, das letzte Mal 2019 da drin. Aber aktuell passt's halt leider nicht und es ist immer noch Corona, also kann man da auch, finde ich, einen Gang ruhiger machen. Und, ja, würde mich aber auch bald wieder freuen. Also, das war auch schon echt, also, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, über Philipp Kostic reden. Das war schon ungewohnt, wieder im Stadion zu sein mit so vielen Menschen auf einem Haufen und auch im Gästeblock. Naja, also, im Gästeblock war Corona auch vorbei, im Grunde. Keine Maske, kein Abstand. In Kassel gibt's kein Corona. Na gut, also, gucken wir mal aufs Spiel. Zunächst mal zur Aufstellung, Karasor war im defensiven Mittelfeld, neben Endo, diesmal wieder. Klement hat Förster ersetzt, der einen Infekt hatte, allerdings, wie der VfB bei Twitter festgestellt hat, kein Corona-Infekt. Und Mamouche direkt in der Startelf statt Al-Ghadoui. Frank, warst du überrascht? Nö, also, gegen die Innenverteidigung von der Eintracht hätte ich auch eher auf Mamouche wie Al-Ghadoui gesetzt. Also, wenn du dir eintracht, so, die sind ja jetzt, die läuft ja diese so, auch nicht wirklich so rund und, ähm, persönlich, also, das ist ja so eine kantige Abwehr, da kann sich natürlich dann so ein Typ wie Hinteregger kann sich in Al-Ghadoui verbeißen. Also, es ist dann so, ähm, die geben sich dann nix und da, finde ich, brauchst du den kleinen, wendigen. Also, ich hätte ja gehofft oder so, dass er vielleicht Béas auch gleich von Anfang an reinwirft, ähm, da stehen wir aber auch punktemäßig vielleicht zu schlecht dafür, so ganz so offensiv zu gehen, aber ich fand das eigentlich richtig. Überraschend war es eben für mich eigentlich nur, dass eben Klement da war, aber das war sonst, denke ich, hätte Förster gespielt. Ja, ja. So von den letzten Eindrücken her. Ja, was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass Mamouche eigentlich kein klassischer Neuner ist. Das ist ja eigentlich eher ein Flügelspieler und ich glaube, das kommen wir vielleicht gleich zu, ich glaube, das ist auch, also, auch wenn er am Ende das Tor geschossen hat, ist das das, was dem VfB offensiv so ein bisschen, ähm, in die Bredouille gebracht hat, weil du halt keinen wirklichen, du hast halt keinen Zielspieler vorne. Aber schauen wir mal aufs Spiel. Relativ ausgeglichener Chance auf beiden Seiten. Frankfurt hat ein paar Mal geschossen, ging weit drüber und der VfB kam nicht so richtig in Abschlussposition. Und wie fandst du denn die ersten, sagen wir mal, 15, 20 Minuten? Also die Partie hat ja auch wirklich mit einem Banger gleich angefangen, in dem ja Hoge gleich schon in der zweiten Minute da das Ding aufs Tor bringen konnte. Ich finde nämlich, so ähnlich wie es ja bei euch mit Mamouche war, war es ja bei uns ähnlich mit Lammers, dadurch, dass ja auch Kostic auf der Bank erstmal disziplinär Platz nehmen durfte, hast du mit Hoge, Lindström und Lammers eigentlich drei Neuzugänge, die halt erstmal integriert werden müssen. Und das hast du, finde ich, in der ersten Halbzeit noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr gemerkt. Das sieht man auch daran, dass da eben gerade mal in der zweiten und in der 42. Minute die Eintracht große Chancen hat. Und ansonsten eher die Sachen eben vom VfB Stuttgart kamen, die eben Mamouche da vor allen Dingen mehr integrieren konnten, über halt einen langen, schnellen Ball, wo es ja beispielsweise einmal in der, ich glaube, in der 17. Minute auf der linken Seite da der Durchbruch gelungen ist und den Dika da erstmal hinterherrennen musste, weil dafür war Mamouche dann eigentlich richtig gut gewählt, weil er eben klein, wie du auch gerade schon gesagt hast, Frank, klein, wieselig und eben Tempo hat. Und es da eben dann halt daran gescheitert ist, dass er entweder hätte abspielen müssen oder vielleicht anders abschließen. Aber von daher hat er erstmal gut gemacht und ich fand es halt wirklich sehr, sehr zäh. Also ich finde, die Partie hat schon eine gewisse Intensität drin gehabt, aber dadurch, dass das Offensiv leider noch nicht so gut bei der Eintracht funktioniert hat, ja, doch sehr dürftig und ich hätte mir doch schon gewünscht, dass in der 42. Minute das Ding da von Lammers oder dann eigentlich, indem er ja doch vielleicht früher den Pass wählt, auch wenn es durch das Stellungsspiel von Kempf schwierig war, den Ball an den Mann zu bringen, wäre es aber schön gewesen, da zumindest eine gefährlichere Situation zu kreieren, beziehungsweise gerne auch das Tor zu schießen und damit dann, ja, mit einem 1-0 in die Pause zu gehen, was auch zu dem Zeitpunkt dann, ja, ich will jetzt nicht sagen unbedingt verdient, aber halt in Ordnung gegangen wäre. Also es war eigentlich relativ ausgeglichen zur Halbzeit. Ja, gleichzeitig dachte ich mir irgendwie so, hm, also wenn Massimo und Mamouche ihre Chancen machen, die waren halt beide aus der spitzen Winkel, kommen wir gleich noch zu den beiden Chancen, dann hätte halt der VfB auch gut und gerne hier mit Toren in die Halbzeit gehen können. Auf jeden Fall. Aber kommen wir nochmal kurz zur Anfangsviertelstunde zurück, Frank. Wir haben ja jetzt gegen Freiburg, stand seit diesem Zeitpunkt, also nach einer Viertelstunde, stand da schon 3-0, 2-0, ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall 2-0, ja. 2-0 für Freiburg. Hast du das Gefühl, die Mannschaft hat ein bisschen aus dem letzten Spiel gelernt? Fand ich schon, also du hast auch gemerkt, es war ja auch die Ansage am Anfang, dass sich unser Pressing-Verhalten ein bisschen ändert und ich finde, wir sind viel schneller in die Fünferkette zurückgegangen. Also hast du schon so Phasen gleich am Anfang gehabt, wo wir relativ rasch die zwei Außen zurückziehen und wirklich auf einer Fünferlinie hinten spielen und nicht wirklich hochpressen. Also war schon so ein bisschen mehr Sicherheit oder versucht eben, ja, wir wollen nicht jetzt gleich am Anfang, ja, wieder ins offene Messer laufen oder so. Weil ich finde das erste Mal, ich habe mir die erste Viertelstunde oder ich habe mir das Spiel nochmal angeguckt, so im Real Life, wir hatten das erste Mal eigentlich so eine richtige typische Pressing-Situation, wenn wir so spielen, für mich jetzt erst in der 14. Minute mal, wo wir wirklich so ganz aggressiv früh rangehen und auch wirklich hochstehen und hochbleiben. Und sonst fand ich es die erste Viertelstunde eher, es war so ein angedeutetes Pressing, aber es war nie mit der letzten Konsequenz, also dass du dann eben das nachrücken. Und wir hatten so die erste Viertelstunde, das war so eine sechste Minute, hat mal der Massimo eine schwache Ballannahme einfach, oder eine Mitnahme, wo er das Tempo komplett verliert muss, wo wir einen Gegenstoß fahren können. In der siebten hat er dann endo so einen etwas zu langen Pass durchs Mittelfelddiagonal, der zwei, drei Meter zu weit war für Sosa, glaube ich. Wenn wir da einfach ein bisschen konsequenter sind, das ist aber so, wo ich über das ganze Spiel schreiben würde, dass man so irgendwie im Moment die letzte Konsequenz abgeht. So der letzte Pass oder die letzte Entscheidung ist einfach falsch. Also auch eben da bei Mamouche, ich glaube, hat Mislint hat auch in der Halbzeit dann so in die Richtung gesagt, er muss nach innen ziehen, um zwei Optionen zu bekommen. Also ich denke auch, der 25er bei Frankfurt, der Außeninterview heißt der, Lenz. Yes, Christopher. Ja, der ist im vollen Lauf. Wenn er da den Haken rumkriegt, der kann überhaupt nicht mehr. Der läuft weiter oder setzt sich auf den Hintern. Also die Entscheidung, da zu schießen, ist einfach falsch. Oder die hat er ja trotzdem noch, wenn er den Haken zieht und kann gucken, ob er dann irgendwo in der Mitte los wird. Und das war so in der ersten Viertelstunde schade, weil wir haben eigentlich so drei, vier Ansätze, wo du wirklich dann einen Gegenstoß fahren kannst, wo wir dann durch einfach fehlende Präzision es nicht durchziehen. Und dann würde ich schon sagen, so langsam ist dann um ein Spiel ausgeglichener worden und die Eintracht besser ins Spiel kommen. Aber wir haben es eigentlich versäumt, in der ersten Viertelstunde vielleicht wirklich ein Tor zu machen. Weil es waren so Halbchancen da, wo du halt sagst, wenn der Pass jetzt sitzt, dann bist du komplett blank. Und das war halt immer so eine Situation, wo wir einfach das dann nicht fertig gespielt haben. Was wir aber auch schon dann so ab der ersten Viertelstunde haben, was dann sich auch so durchzogen hat, sind einfach, dass wir unheimlich oft den zweiten Ball verloren haben. Also wir holen ihn uns und spielen ihn gleich wieder direkt in Frankfurt an die Füße. Ja, das ist, glaube ich, so Entscheidungsfindung. Das steht auch so ein bisschen über dem Spiel. Also gerade auch Mamouche, der hat jemanden in der Mitte stehen. Ich weiß nicht mehr, wer denn in der Mitte frei stand. Auch Massimo hatte bei seinem Schuss aus dem Winkel. Da stand auch jemand in der Mitte. Bei Massimo war es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, den Ball rüberzulegen. Aber trotzdem. Und auch Klimovic. Also der hat ja grundsätzlich eigentlich die falsche Entscheidung getroffen. Ihm fasst jeder Szene. Kommen wir nochmal auf die 22. Kamada mit dem zentralen Schuss. Den Müller dann zum Nachfassen hält. Oli, Kamada ist schon ganz schön gut drauf. Oder ziemlich ganz schön gefährlich. Also das hatte ich schon vorher irgendwo gelesen und ist mir nach dem Spiel aufgefallen. Auf den muss man echt aufpassen. Sorry, ich muss gerade ein bisschen sehr grinsen und lächeln. Kamada ist mit. Also ist nach André Silva einer der wichtigsten Spieler bei der Offensive von Eintracht Frankfurt. Hat in der letzten Saison fünf Buden gemacht. War damit Platz drei. Kurz davor war nur noch Eigentor mit einer Bude mehr. Der auch zur WM eine super Performance gemacht hat. Und ansonsten hat er ja 15 Vorlagen gemacht. Und natürlich mit einem Sturmpater, Silva, da hat er das auch dann eben auch ins Tor gebracht. Und Kamada ist Wahnsinn. Also es ist auch großartig, dass wir den halten konnten. Weil sonst hättest du deine meisten Assists und auch deine meisten Tore dann mit Silva abgegeben. Und so was ihr jetzt die ganze Zeit so gesagt hattet, mit diesen, ja dann die falsche Entscheidung getroffen und ja nicht so die letzte Konsequenz zu haben. Das ist nämlich genau auch das, was ich beim Offensivspiel der Eintracht dann bemängeln würde. und Kamada ist halt auch dann auch einer, der dann oft in die Kritik gerät, weil er eben dann mal einen genialen Pass sieht, aber dann das in der Umsetzung halt nicht so gut läuft. Beziehungsweise hat er ja auch in dem Spiel eben auch jetzt bei dem Schuss dann die Möglichkeit gehabt, das vielleicht ein bisschen besser zu machen. Der muss aber auch erst nochmal ein bisschen mehr in die Saison kommen. und wie gesagt auch erst nochmal mit den neuen Partnern links, rechts und vorne da besser zusammenspielen. Ja, also er hat ja auch, kommen wir auf die nächste Szene, wo Müller klären muss nach dem Vierpass von Massimo in der 25. Frank Massimo und Mafropanus auf der rechten Seite, das hat nicht so richtig gut funktioniert, oder? Nee, also da, wobei wir, finde ich, gerade die Abstimmung inzwischen den Reihen ein paar Mal schlecht war. Also war nicht mehr so, da war es das gespannt, dann einmal war es auch bei einer Chance eben Anton und Mafropanus, wo sie sich praktisch nicht einig sind, oder der Ball zu kurz oder zu lang. Also es ist gerade so, zwischen den einzelnen Ketten läuft das wirklich nicht so. Auch Carasso hatte so ein paar Dinger, wo praktisch, ja, fehlende Abstimmung oder fehlendes Zusammenspiel gerade noch da ist. Aber das, das fand ich halt eben, also insgesamt hatte ich so für mich immer das Gefühl in dem Spiel, dass wir unsere Chancen so ein bisschen mehr aus unserem System erarbeiten und die Frankfurter Chancen oft eben durch diese Ballverluste von uns in der eigenen Hälfte einfach entstanden sind. Das war ja auch in der 22. bei Kamada, da ist es im Prinzip ein Ballverlust in der eigenen Hälfte. In der 23. war auch nochmal so eine Chance, wo eine schlechte Flanke kommt, also die man eigentlich locker klären muss, die Carasso im Prinzip dann durch die Klärung erst nochmal den Ball gefährlich macht. So hatten wir so ein paar Situationen. Das müssen wir echt in den Griff kriegen, weil das bestrafen die anderen Mannschaften halt eher noch. Beziehungsweise, da würde ich noch kurz anschließen und auch sagen, dass das ja auch quasi mit eigentlich aktuell auch seit Niko Kovac auch Teil dieser Frankfurter Spielidee ist, indem du nämlich die Gegner mit einem starken Pressing störst. Und das ist auch gerade bei Kamada jetzt von Saison zu Saison besser geworden. Also letzte Saison hat das besser funktioniert, indem er dann halt, das war das beste Beispiel des Start-up-Spiel gegen Wolfsburg, wo er das letzte Tor dann eben so vorbereitet, indem er sich das Ding da holt und dann auch mal nach vorne schiebt. Und ja, so ähnlich war das ja in der Situation mit Lammers, der dann geschickt wurde und das halt noch nicht so gut dann aufs Tor gebracht hat. Aber das ist halt wirklich so diese Sache drauf lauern, Pressing haben. Und es ist auch schön, dass das jetzt auch besser funktioniert, beziehungsweise kamen in der zweiten Halbzeit Spieler dazu, mit denen das dann besser war. Aber darüber reden wir nachher. Ja, genau. Dann gab es in der 32. und der 36. zwei gelbe Karten. Einmal für Mamouche und einmal für Anton. Ich habe mir das Spiel nicht noch mal im Real-Life angeschaut. Ich glaube, die waren, grundsätzlich kann man die geben. Was mich ein bisschen gestört hat in der Situation war, dass auch die Frankfurter vorher durchaus ein paar Fouls an Mann gebracht haben und es da aber noch keine Karten gab, sondern der Schiedsrichter, dessen Name mir schon wieder entfallen ist, obwohl er so eine schöne Vorlage gegeben hat später. Jöllenbeck heißt er, glaube ich, genau. Jöllenbeck, ja. Ja, genau. Frank, fandst du das auch so? Oder habe ich die Wahrnehmung exklusiv, dass er es spät und dann sehr einseitig mit den gelben Karten angefangen hat? So hätte ich es auch. Also ich hätte den Ellenbogen von Mamouche irgendwann dann in der Phase den Mannschaften signalisiert, Jungs, jetzt demnächst lege ich los. Also so die Ansage halt, egal welche Mannschaft es jetzt ist, beim nächsten Einsteigen der Kategorie gibt es dann die erste gelbe. Die andere, die taktische von Anton hätte ich auf jeden Fall auch geben. Das war, also die, da waren viele, aber es ist einfach so taktisch, das würde ich sofort unterbinden. Oder das haben wir ja später mit Koulibaly ja nochmal. Also die zwei. Ich finde es auch von beiden richtig, dass sie es unterbinden und eben die gelbe in Kauf nehmen. Aber bei dem Einsteigen, ich fand, da waren zwei Situationen von Hinterecken vorher, wo er ähnlich im Luftzweigkampf agiert. An der Außenministerin, glaube ich, einmal war noch ein paar, glaube ich, ja. Ja, also fand ich so eben, mir hat die Ansage gefällt. Also ich habe jetzt im Reelive, weil ich das Sendungsdokument vorher gelesen habe, noch mit dem Reelive ein bisschen drauf geachtet und es gab für mich davor keine Ansage, dass er jetzt irgendwann sagt, so jetzt ist es maßvoll. Deswegen fand ich es da dann ein bisschen, ja, unverständlich, das hat mit der Aktion. Vor allem waren andere, die mindestens genauso hoch waren. Also entweder lass ich es komplett dann so durchlaufen oder ich mache halt eine Ansage früher, dass es den Spielern klar ist. Ah, ah. Olli, wie siehst du es? Also ich muss da ehrlich gestehen, die beiden gelben Karten habe ich jetzt weniger im Kopf. Noch würde ich es vielleicht jetzt auch nicht unbedingt beschreiben. Ja, ich kann das weder weh noch widerlegen, muss ich ehrlich jetzt so da gestehen. Ich habe auch die erste Halbzeit ist bei mir wirklich schemenhaft und ich habe lustigerweise noch im Zuge dieses Podcast beziehungsweise meines eigenen Podcasts mir auch noch das Angebot, das Real-Life-Angebot heute besorgt von Eintracht Frankfurt, konnte es aber dann noch nicht komischerweise gucken, sodass ich die erste Halbzeit da eigentlich nur so ein bisschen aus dem Augenwinkel noch in Erinnerung habe beziehungsweise in den Highlight-Videos sieht man es leider auch nicht. Ich habe jetzt gerade noch mal geschaut und ja. Das heißt, du kannst es weder bestätigen noch dementieren. Ja, also. Dann machen wir mal weiter. Also ich hätte es als optimale, ich hätte es aber als optimale Spielleitung empfunden, wenn er auf die Gelbe für Mammusch verzichtet, weil das Spiel war nicht ruppig, also nicht für mein Empfinden war das die kompletten 90 Minuten okay. Also da ist es zwischen Frankfurt und Stuttgart schon anders zur Sache gegangen in den Spielen und heute ist praktisch ohne diese gelben Karten genauso gut das Spiel durchgebracht. Und ich hätte also die taktischen, die hätte ich so gegeben, aber die anderen fand ich, die kannst du immer geben, aber es ist halt dann immer so eine Abwägung, für was gibt es denn denn die Gelbe und für was nicht. Deswegen hätte ich es gerechter empfunden, er hätte sie stecken lassen und dann wäre es für alle gut. Gut, machen wir mal mit dem Spiel weiter, bevor wir uns an diesen gelben Karten vorbei sind. Wie gesagt, wir hatten in der 34. den Schuss von Massimo, was mich da so ein bisschen gestört hat, ist, also das hatte ich ja gerade schon gesagt, da hat er kaum eine Anspielstation und wir sind auch in diesen Situationen auch ganz schlecht nachgerückt. Also generell sind wir in diesem Spiel ganz schlecht nachgerückt, auch wenn wir aus einer eigenen Strafform rausgeschoben haben, sind wir nicht hinterher. Also irgendwie war es, wie du schon eingangs gesagt hast, Frankens war sehr, sehr konservativ hinten. Und da gab es in den 40. diese Chance von, oder die Situation, wo Linström den erstmal Klimowitsch auf der Außenbahn nass macht und dann den Ball nach innen spielt. Mafropanus ist dann dazwischen und stößt mit Müller zusammen. Am Ende gibt es dann, glaube ich, Abschluss für den VfB. Frank, wie fandst du den Klimowitsch in dem Spiel? Ja, immer noch unglücklich. Also ich glaube, der hat wirklich viel Potenzial und das deutet er auch immer wieder an und ich glaube auch, dass er sich im Training wirklich aufdringt oder so. Ich finde, er hat es jetzt dann auch körperlich zugelegt im Vergleich zur Vorsaison. Aber da ist halt, wenn man sich das dann nochmal anguckt, es ist halt ganz, ganz schwaches Abwehrverhalten an der Stelle. Und das ist halt, also der kommt ja im Prinzip ohne Großaufwand vorbei an ihm und hat dann wirklich viel Zeit und wir haben ja eigentlich Glück, dass da nicht mehr passiert. Und das hatten wir aber ein paar Mal. Also klar sind das alles noch junge Spieler oder so, aber das ist halt echt ein Abwehrverhalten, das ist schon teilweise unterirdisch an der Stelle, weil er läuft hin und er bleibt auch so stehen, also er macht ihm so die Tür auf. Also da hat sich ja Mammusch gegen den Dicker noch richtig anstrengen müssen, vorbeizukommen. Ja, das stimmt. Also das ist, also das ist, also das sind halt so diese individuellen Fehler, die wir drin haben und die im Moment leider alle haben. Also du hast eigentlich kein Spiel in so einem Spiel, der nicht irgendwo eins im Bock für sich verbucht. Zu Ito kommen wir auch nachher noch. Ja, und dann war die Chance von Lammers, das hatten wir auch schon vorhin besprochen, dann war Halbzeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, also klar, Frankfurt hat jetzt einen relativ großen Umbruch auf der Führungsebene, aber auch mit Silvern natürlich ein Spieler abgegeben. Also ich war aber überrascht. Ich fand, ich hätte Frankfurt stärker erwartet. Olli, wie ging es dir? Hättest du, oder war sie so, wie du es erwartet hättest, oder hättest du sie noch stärker erwartet? Ich hätte sie mir stärker gewünscht auf jeden Fall. Also das kann ich so sagen. Also ich muss, naja, also die Eintracht ist halt aktuell wirklich noch in dieser taktischen und vor allen Dingen auch in der spielerischen Findungsphase. Du hast deinen eigentlichen Neuner, den du jetzt auch dann in dem Spiel reingeworfen hast, erst am Deadline-Day reingeschmissen. Es war zwischendurch Länderspielpause, also mit der Stammelf konnte er auch nicht trainieren, vor allen Dingen eben auch mit dem Kamada oder dem Kostic, die halt beide bei der Nationalelf waren. Und ja, also das ist halt so das Ding. Man muss halt wirklich sehen, Kostic auf dem Außen, wenn der fehlt, dann will ich Linström da auch nicht so viel Druck machen. Und das ist ein guter Kicker und der ist technisch richtig stark und ich freue mich auf den, wenn er dann besser ein Spiel bei der Eintracht findet. Aber er ist halt auch kein Kostic und es war halt schon schade, dass irgendwie torlos reingegangen wird, weil ich habe eigentlich vor dem Spiel schon erwartet, dass Tore fallen werden. Erik und auch bei mir im Podcast, dann nicht im Podcast, im Livestream John, haben beide dann jeweils gesagt, okay, es wird doch ein bisschen knapper. Erik hat ja, glaube ich, so 2-1 getippt gegen Stuttgart, will ich mal hier nochmal kurz festhalten, damit ihr alle das auch dementsprechend dann ahnen könnt. Erik, das hat quasi Erik in meinem Büro mit deinem Spaß. Und ja, also im Endeffekt, man hat schon an der ersten Halbzeit vom Verlauf gesehen, okay, es wird alles knapper, als es eigentlich vielleicht vorher so den Anschein gemacht hat. Und ja, für mich, wie gesagt, insgesamt eigentlich die erste Halbzeit von beiden Mannschaften schwach. Also ich hätte es mir auch vielleicht gut vorstellen können, dass eben dann auch Stuttgart ihre Chancen einfach nutzt. Und es waren ja oft auch einfach coole und schön gespielte Konter drauf, wo dann einfach die letzte Konsequenz eben gefehlt hat, wie ihr schon gesagt habt. Und ja, das Ding von Lamas, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das hätte natürlich auch gern drin sein können. Aber alles im Offensivspiel halt so umständlich. Und ja, gegen Pressing hat bei der Eintracht relativ gut funktioniert, aber eben noch nicht leider mit dem gewünschten Erfolg. Ja, also ein bisschen zwei Mannschaften, die mehr wollen, aber nicht so richtig konnten. Man muss ja auch nochmal dazu kurz, um das noch von Eintrachter Seite bei der Aufstellung zu sagen, wir spielen ja A, noch nicht lange Viererkette, obwohl das eigentlich der Eintracht jetzt ein bisschen mehr Stabilität gegeben hat. Aber der Keypunkt oder was ja auch eine Verpflichtung war, die sehr wichtig war für Frankfurt, ist eben von Dynamo Zagreb Jakic, der einen Tag vor Transferende, zu Eintracht gekommen ist. Wir haben nämlich aktuell mit Rode, unseren eigentlichen Achter, Sechser, der verletzt ausfällt. Du hast ansonsten noch einen Ilshanker, der aber in der Innenverteidigung abgestellt wurde, beziehungsweise aktuell nur als Partner zu Sou, Haseb ist zu alt dafür, es hat auch nicht so gut funktioniert, hast du nur Aydin Kustic. Der Typ ist ja letzte Saison in der Halbserie ja eigentlich als rechts außen gekommen, wurde als Zehner vorgestellt und spielt jetzt auf der 8-6. Und dementsprechend, also ich war auch schon euphorisch, als er in den vorherigen Spielen reingekommen ist, weil er so ein bisschen mehr Spielfreude und technisch starke Aktionen bringen kann, beziehungsweise auch passsicher ist. Aber Sou hat in der heutigen Pressekonferenz beispielsweise gesagt, dass es besser ist, einen klaren Sechser hinter ihm zu haben, weil er dadurch auch anders agieren kann. Und Sou ist kein Sechser. Von daher ist da Frankfurt eigentlich im defensiven Mittelfeld ein bisschen anfälliger. Und ja, dadurch muss Sou aufpassen. Und das ist ja eigentlich dieser Box-to-Box-Player, der auch super viele Kilometer spult und passsicher ist. Und das schränkt das alles ein. Plus halt da vorne ein Kamada, der halt umzingelt ist von neuen Spielern. Das bringt das halt so ein bisschen mit rein. Und es hat sich in der zweiten Halbzeit geändert. Und damit würde ich überleiten, wenn ich das darf, erinnert. Genau, sehr gut. Ihr habt ja praktisch mit der Dreierkette erst begonnen, oder? Das ist ja jetzt auch eine neue Vorbereitung gespielt worden. Die Dreierkette ist ja eigentlich ein Relikt aus Kovac-Zeiten, witzigerweise. Also der hat das ja eigentlich etabliert, um der Frankfurter Eintracht ein bisschen mehr Stabilität zu verleihen. Das hat super funktioniert. Als Adi Hütter dann reinkam, oder wie andere von uns sagen, der Ex-Übungsleiter, der hat ja auch anfangs mit einer Viererkette spielen wollen. Dafür war das Material aber nicht wirklich da. Beziehungsweise gab es da ja diese Pokalpleite in Ulm. Und er hat halt das System so gebastelt, dass es halt in der Dreierkette für sich defensiv stabil bleibt, beziehungsweise Fünferkette defensiv, und halt vor allen Dingen auch vorne genug Power hat. Musste das aber in den letzten Saisons auch immer wieder neu anwenden und auflösen. Und die Eintracht hatte Ewigkeiten auch gerne den Anspruch, oder ich habe das als Fan auch gerne gewollt, dass wir Viererkette spielen, aber das Material war einfach nicht dazu da. Und das hat sich jetzt eben mit der Transferphase ein bisschen geändert. Man konnte Christopher Lenz jetzt als Linksverteidiger holen, der da besser gesetzt ist. Auf der Kostic-Position dagegen als Dreierkette konntest du den total vergessen, weil er weder das Tempo noch die Ballbehandlung dafür hat. Und damit war die Viererkette eigentlich von Glasner ein notwendiger und logischer Schritt, zumal ja auch Glasner generell auch in Wolfsburg lieber die Viererkette gespielt hat. Und ja, das Material dafür, also wir haben vier Rechtsverteidiger, aber keiner davon ist eigentlich eine klare Nummer eins, beziehungsweise hat diese Spitzenqualität. Und auf links Lenz hat sich mehr so ergeben. Indyka kann es da nicht parken. Das Einzige, was sicher ist, ist die Innenverteidigung. Und von daher, ich bin zufrieden mit der Umstellung und ich freue mich auch darauf, weil ich trotzdem denke, dass die Mannschaft vor allen Dingen ein offensives Potenzial hat, weil da eben dann auch dementsprechend ja Leute geholt wurden. Gut, dann ist aber wirklich die Überleitung zur zweiten Halbzeit. Die fing an mit einer Doppelchance von Mouche. Erstmal schießt er ans Außennetz, nach einer Vorlage von Massimo und dann wird ein Schuss von ihm zur Ecke abgelenkt, weil zu umständlich. Und dann kam die 59. Minute und Philipp Kostic wurde eingewechselt. Und ich kann mal sagen, wie ich es im Stadion wahrgenommen habe, aus dem Gästeblock heraus, das ganze Stadion hat ihm applaudiert. Nur der Gästeblock hat sich die Seele aus dem Leib gefiffen. Ach, wieso? Was ich aber interessant finde, weil man hätte ja denken können, dass nach dem Wechseltheater jetzt auch die Frankfurter Fans anders auf ihn reagieren. Ich lese nochmal ein Zitat von Martin Hinteregger vor zu der Thematik und dann interessiert mich natürlich die Sicht in die Eintrachtszähle von Olli. Hinteregger hat, wurde im Kicker zitiert mit, das Traurige ist, dass viele Medien einfach nur Schwachsinn geschrieben haben. Immer nur Halbwahrheiten. Die haben viele Frankfurter gegen Philipp aufgebracht, was natürlich absoluter Schwachsinn ist. Wenn sie die Wahrheit kennen würden, wäre das ganz, ganz anders. Heute gab es nur wenige Pfiffe, das zeigt, dass nicht viele den Journalisten Glauben schenken. Olli, wie stehen die Frankfurter Fans zu Philipp Kostic? Erklär uns das mal. Also kurz dafür, wenn du sagst, die Fans kamen aus dem Block von Stuttgart, dann muss man ja sagen, dann habt ihr ja sehr pressekritische oder keine pressekritischen Auswärtsfans dabei. Nein, Spaß. Kostic, das ist halt so eine Sache. Zum einen, theoretisch hätte, glaube ich, kein Frankfurt-Fan irgendwas sagen dürfen, wenn der Transfer über die Bühne gehen würde und die Eintracht dementsprechend entlöhnt werden würde. Das ist natürlich die Sache. Kostic hat schon drei Jahre bei der Eintracht gespielt. Er hat sich in die Herzen der Fans gespielt. Er hat sich mit Leistung da reingehauen und ist an sich auch eigentlich ein ruhiger und wirklich angenehmer Charakter, den wir einfach lieben gelernt haben. Von daher wäre es natürlich auch ein weinendes Auge gewesen, aber hätte die Eintracht eben finanziell die Entscheidung bekommen, wäre das kein Problem gewesen, zumal die auch bitter nötig war von Eintracht Frankfurt-Seiten aus, vor allen Dingen ja, weil auch Silvanu für wenig Geld gewechselt ist. Deswegen. Aber die Sache ist ja ganz, ganz groß und ganz, ganz breit und da wird es natürlich sehr, sehr kleinteilig, weil da muss man ja gucken, auch bei den Fans so, wer glaubt wen. Also es gibt ja beispielsweise das Problem, dass das geschrieben wurde und das ist ja halt das komplette Durcheinander, dass zum einen Lazio Rom den Transfer nicht ordentlich abgewickelt hat, dass da nämlich, ja, die Serverausfälle hatten, also das erste Gebot waren acht Millionen Euro, das war viel zu wenig, das kannst du kein Übel nehmen, dass man das nicht annimmt. Dann gab es irgendwie Serverausfälle, deswegen waren auch andere Transfers in Gefahr. Dann hatte man deswegen Markus Krösche privat auf der Eintracht-Mail schreiben wollen. Dann gab es da irgendwie wieder ein Problem mit einem Tippfehler. All so Sachen. Gleichzeitig hat man aber Kostic gesagt, man hat ein Angebot rausgebracht und den Berater natürlich, der hat genauso dann auf den Wechsel plädiert. Das Gehalt, was Kostic dann in Lazio bekommen sollte, war jetzt aber auch nicht so horrend. Und Kostic hat sich auch in Vergangenheit ja eigentlich immer zufrieden mit der Eintracht gezeigt, beziehungsweise gab es ja schon ganz andere Namen, die da angeklopft haben. Und es ist halt einfach die Problematik, dass wenig Geld im Markt ist. Und Kostic kann gerne gehen. Ich wäre auch der Letzte gewesen, der da was dagegen hätte, wenn halt das Geld gestimmt hätte. Und das ist halt einfach kommunikativ grauenvoll gewesen, wie das alles ablief. Wie im Endeffekt und was genau da stimmt, das weiß natürlich keiner. Und Martin Hinteregger, genauso aber auch wie Kostic selber, haben halt in ihren Statements dazu schon so ein paar Sachen gesagt. Weil du weißt halt nicht, ich weiß auch beispielsweise nicht, welche Sportjournalisten Martin Hinteregger meint. Klar gab es ein paar Stimmen aus Frankfurt, die da kritischer waren, aber vielmehr wurde halt Frankfurt oder Kostic oder vor allem auch Markus Krösche, nämlich aus Italien zerrissen. Also da kam halt der meiste Wind wegen Unprofessionalität und sonst sowas, wo du dich da fragst, okay. Und gleichzeitig hat sich ja Kostic mehr oder weniger entschuldigt, hat aber auch gesagt, das müssen sie entschuldigen, wer damit gemeint ist, ob vorstandsmäßig oder fantechnisch oder keine Ahnung, eher von Lazio Rom, weil die falsche Versprechungen oder Kommunikation betrieben haben. Das weiß man im Endeffekt nicht. Was aber klar ist, ist, dass die Frankfurter Fans eigentlich, sobald es um Leistungsträger geht und vor allen Dingen auch so Leute und Typen wie Rebic, Kostic oder so, da hat jeder eine Schwäche für und sobald man dann weiß, okay, der bleibt noch und den wirst du auf keinen Fall auf eine Bank setzen, sind die auch super dran, denen zu verzeihen. Also ich hatte Umfragen sowohl im Livestream als auch auf Twitter als auch im Podcast Leute gefragt. Wir waren alle gleich so, ja, was willst du da machen? Du kannst dich nicht auf die Bank setzen. Du musst dem verzeihen und das fällt auch super leicht. Und umso schöner, dass er halt dann eben kommen durfte, hat natürlich ja seine Strafe bekommen. Von ihm die Aussage war ja, dass er psychisch nicht bereit war nach der ganzen Transferproblematik und nach der Länderspielpause zu spielen, dass das kein Streik war. Wie gesagt, das ist halt kommunikativ, sowohl Eintracht-Seiten-Austern oder Kostic alles so ein bisschen sehr wirkend. Keiner weiß so richtig, was er im Endeffekt glauben soll. Aber im Endeffekt hat er 50.000 Euro Strafe bezahlt. Er hat ein Barbecue ausgeben müssen für die Mannschaft, was ja eigentlich ganz toll ist, weil du eine Teambuilding-Maßnahme hast und weil du hast ja auch keine, kein, wie heißt es, kein Trainingslager machen können. Und damit, man hat ja auch dann bei der Aktion später gesehen, wie die Mannschaft, wie die Fans sich dafür gefreut haben. Also alles vergessen und wenn das Geld stimmt, dann wünschen wir dem alles Gute. Also was mich so ein bisschen irritiert hat, war wirklich, das war doch das Spiel vor der Länderspielpause, wo er dann, gegen wen war das? Gegen Gladbach? Nee, das war gegen Bielefeld. Gegen Bielefeld, genau, das 1-1-2 dann irgendwie sagte, okay, er war beim Abschlusstraining, glaube ich, nicht dabei und konnte auch nicht spielen. Und da hätte ich eher gedacht, dass die Leute sagen, wie, okay, du lässt uns hier im Stich beim Spiel gegen Bielefeld, weil, keine Ahnung, und da war ich ja überrascht, dass das dann bei der Einwechslung so gar kein Thema mehr war. Also man muss ja auch dazu sagen, also da war natürlich eine Aktion, weil da war auch wirklich, auch in den Medien wirklich von Streik die Rede. Und das ist dann natürlich auch, wo du denkst, es geht einfach nicht. Und das ist halt auch so eine Sache, es geht halt einfach nicht. Und da muss man halt ein bisschen selber gucken, was für ein Typ man da ist. Ich bin da relativ, also ich bin da auch in gewissen Momenten auch ein sehr emotionaler und aufbrausender Mensch. Und das können meine Freunde bestätigen, aber eigentlich, vor allem auch wenn es um Fußball geht, aber eigentlich bin ich da immer eigentlich der, der Tee trinkt und abwartet. Und das hat sich auch hier als bessere Lösung gezeigt. Und ja, das ist natürlich dann klar, dass das halt schwieriger ist. Und da war auch der Aufschrei da. Aber du hast auch zeitgleich halt die Aktion mit Younes gehabt. Und den hast du den Kostic dann nicht unbedingt abgekriegt. Den hat halt Younes gekriegt mit voller Breitseite. Ja, stimmt. Und das wäre jetzt auch so meine Frage. Okay, du begnadigst, in Anführungsstrichen, begnadigst Kostic und Younes stellst du frei. Weil das ist eine ganz andere Situation. Bei Younes liegt es daran, der hat schon letzte Saison Stress mit Hütter gehabt. Das war auch das Dortmund-Spiel, wo er dann gefehlt hat, wo jeder Hütter dann geblamed hat dafür, dass er eben nicht dabei war. Aber er hat tatsächlich, er hat zu dem Zeitpunkt schon gestreikt und hat sich da irgendwie bei einer Auseinandersetzung dann dementsprechend auch kommunikativ verhalten, was eigentlich ein professioneller Fußballer nicht machen sollte. Und hat dafür dann halt die Strafe bekommen, beziehungsweise hat er sich dann in der Kabine ein bisschen toxisch gezeigt. Und auch diese Saison anscheinend, er wollte ja auch klar gehen. Das soll nicht nur personelle Gründe gehabt haben, sondern halt auch ideologische. Und da, wo er hinwechseln wollte, das ist ja so ein bisschen bezeichnend dafür, wenn man das so gerne macht. Und das ist halt immer das Ärgerliche, weil Frankfurt baut Spieler auf. Frankfurt rettet Karrieren von Spielern. Und wenn du dann nach einem Jahr irgendwie so einen Trümmerhaufen da hast, wo du sagst, eigentlich wäre es richtig geil, wenn Younes auch noch da wäre, weil er nämlich in der Viererkette vor einem Linksverteidiger Gold wert ist, oder als Zehner. Dann ist das so. Aber da war das Tischtuch sowohl mit der Mannschaft anscheinend oder Teilen der Mannschaft, als aber auch mit dem Trainer, als aber auch mit den Vorständen, sowohl aber auch mit den Fans zerschnitten. Und damit ist das, wenn du noch einen Taler für ihn bekommst, der hat ja dann auch, das war auch das Komische, er hat ja genauso gestreikt und gesagt, er wechselt jetzt und war nicht mehr dabei. Beziehungsweise war das dann einseitig, dass beide Vereine und Spieler gesagt haben, wir arbeiten jetzt nicht zusammen und er soll sich um den Wechsel kümmern. Dann ist der Wechsel geplatzt und dann hat er in Frankfurt geheiratet und hat gesagt, er spielt jetzt die Saison noch da, kann aber jetzt schon garantieren, dass er eigentlich kein Spiel mehr machen wird. Ist weder für den Euroleague-Kader nominiert, als auch war er nicht in den Kadern und ist eigentlich bezeichnend dafür. Und wenn du ihn noch loswerden kannst, gerne und dann vielleicht wird das noch was, spätestens dann im Sommer, aber nach dem Stand ist er, glaube ich, auch nicht mal gekauft worden jetzt von Neapel. Also alles ganz krude und wenn du da, glaube ich, nicht, keine Ahnung, das Telefon von Markus Grosche mithörst oder da irgendwie an der Nachbarwand irgendwie das Glas liegen hast, dann bist du da auch, glaube ich, darauf angewiesen, dass du denen einfach vertrauen musst und sagen musst, okay, ihr macht schon das Richtige. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Vielen Dank für den Einblick. Kommen wir wieder zurück zum Spiel. Kärngeschehen. Zurück zum Spiel. Müller pariert einen Schuss von Lammers in der 61. Und dann aus der Ecke, die heraus resultiert, die verpasst er, kommt raus, kommt aber nicht ran und hinterherköpft an die Latte. Oh, ja. Florian Müller. Also aufgesehen von, dass auch da der Eintracht, der Führungstreffer versagt blieb, möchte ich mal kurz auf Florian Müller blicken, Frank. Einerseits geile Parade, andererseits schon wieder beim Rauskommen verschätzt, braucht er noch Zeit? Oder wie ist deine Meinung zu verändern? Naja, also ob es mit Zeit Tatsache ist, ich finde, dass die Strafraumbeherrschung und gerade bei Standards eben noch, vielleicht ist es auch eine Abstimmung, sage ich, weil ich bin mir gar nicht sicher, ob er da in dem Moment wirklich raus muss, weil es so viel Gedränge ist. Also es war, also wenn, da muss er halt noch mit viel mehr Körper rein, weil da sind ja vier Spieler in der Traube praktisch da am Fünf-Meter-Raum. Klar, wenn halt der Frankfurter da rankommt, dann sieht er auf der Linie unter Umständen scheiße aus, salopp gesagt, aber weiss nicht, also da ist doch seine Abschätzung ein bisschen schwach. Ich sehe es aber auch so ein bisschen, wir müssen da ja vorsichtig sein, weil wir waren jetzt dann mit Kobel mit dem Glücksgriff verwöhnt. Wir hatten das Torwart-Problem, das wir ja davor Jahre hatten, auf einmal gelöst. Das hat sich dann leider, hat ihn uns dort nun jetzt dann abkauft oder rausgekauft. Und ich glaube, wäre jetzt Kobel nicht der Vorgänger, sondern andere würden wir vielleicht nur noch gar nicht so kritisch sehen. Und man darf ja nicht vergessen, wir vergleichen das mit Kobel am Schluss, also mit Kobel in zwei Jahren bei uns und nicht Kobel am Anfang. Genau, und das ist halt jetzt, wir haben wirklich vielleicht einen Torhüter, der, wenn es gut läuft, eben eine Nationalmannschaftskarriere vielleicht sogar hinkriegt. Also wirklich einen guten und verloren. Und jetzt müssen wir uns halt damit, ja, mit Müller anfreunden, vorsichtig gesagt, aber ich finde, dass er auf der Linie echt stark ist. Und diese Strafraumgeschichte, das ist halt etwas, ja, muss man sagen, es gibt ja Torhüter, die haben das ihre ganze Karriere halt in den Griff bekommen. Das ist halt die Frage, ob er das hinkriegt irgendwann, da besser die Entscheidungen zu treffen, wann raus und wie raus. Aber, ja, wir hatten auch Torhüter schon, die die ganze Karriere im Prinzip das nie im Griff hatten mit der Strafraumbeherrschung. Was ich eher noch finde, was auch bei Kobel halt echt gut war, was da auch noch ein bisschen fehlt, ist diese Genauigkeit, in den Abschlägen und auch teilweise die Entscheidung, wann spiele ich schnell hinten raus. Das muss auch noch ein bisschen kommen, weil das... Das ist mir in dem Spiel auch aufgefallen, ja. Ja, weil da war Kobel halt eben auch Bombe. Ja. Gerade am Ende, im Einleiten von diesen Situationen. Aber ich glaube, das ist auch so ein Lernprozess vielleicht. Deswegen, also ich habe gerade mal geguckt, der Typ ist 23. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht gedacht, aufgrund dessen, weil Florian Müller schon eben seine Leistung auch in Freiburg schon gezeigt hat. Das ist eigentlich auch ein... Also ich fand, ja klar, du verlierst Kobel an BVB. Finde ich auch eine logische Konsequenz, beziehungsweise auch vielleicht der logische Schritt für Kobel. Aber ich fand halt Müller als Ersatz dafür richtig, richtig stark. Ja. Also viele, also es gibt ja auch so ein kleiner Teil der Frankfurt-Bubble ist ja auch immer sehr genervt von Kevin Trapp und kreitet dem das gerne so an. Und da hätte man Florian Müller vielleicht auch... Also der eine oder andere sagt ja schon mal so, ja, Florian Müller, so als wäre vielleicht auch vor Trapp schon bei manchen Leistungen. Gerade irgendwie jetzt in dem Spiel ist es ein bisschen ausgeglichen. Also beide haben Kickernote 3-0. Also auch beide nicht so stark. Aber naja, man muss aber auch wissen, dass wenn du gegen Frankfurt spielst, ist, dass du in Hinti in Dika und auch Lammers als Neuzugang zwei, drei Kopfballungeheuer hast. Also wirklich vor allem Hinteregger ja eigentlich ja der, der schon lange eigentlich bei Frankfurt dann die Kopfballtore macht. Beziehungsweise hast du mit Hauge Lindström, Rustic und auch Kamada und auch So andere Leute, die dann im Nachgang aus der zweiten Reihe die Dinger reinzirkeln können in die Bude. Und da musst du halt dann auch sicher stehen. Und ich denke halt, ja, das ist ein Lernprozess, wie du das gerade schon gesagt hast. Da wird sich Müller noch dran zeigen, aber der hat ja auch noch mindestens zehn Jahre, wo er sich da beweisen kann und auch zeigen kann, was für ein exzellenter Keeper er auch ist. Ja, und wir müssen halt aufpassen, wir dürfen ihn wirklich nicht nur an Kobel messen oder an den letzten Spielen. Eben. Von Kobel, weil da tun wir uns keinen Gefallen, weil wir uns praktisch nur ärgern oder wir tun auch ihm keinen Gefallen. Also das bringt halt da nichts. Und das ist auch jetzt, finde ich, auch nicht so die Phase in der Bundesliga, wo du eine wahnsinnig große Auswahl an guten Torhütern hast. Da waren schon andere Zeiten, wo du dann eher hättest du nochmal nach, aber so stark ist die Torwartposition bei den meisten Vereinen auch nicht besetzt und deswegen, glaube ich, hast du mit Müller wirklich ein gutes Los im Moment. Ja, ich denke auch. Ja, also wie gesagt, wir haben ja, glaube ich, in jeder Folge immer mal so drüber gesprochen, aber auch nur, weil wir halt extrem darauf achten, weil wir halt wirklich in der End-, also gerade letzte Saison wirklich Kobel so Spiele hatte, wo du das alter, ich weiß gar nicht mehr, war das das Dortmund-Spiel oder war das das Leipzig-Spiel, wo der wirklich alles rausgeholt hat, wo ich dachte, Alter, was holst du eigentlich nicht raus und ja, also ich denke auch, was mir auch aufgefallen ist in dem Spiel jetzt, es hat auch teilweise die Abstimmung, also die haben auch teilweise nicht richtig miteinander kommuniziert, hatte ich das manchmal das Gefühl auch gerade, wie du auch sagst, es hat auch viele lange Bälle, was wir normalerweise auch nicht machen, viele Bälle auch einfach mal lang hinten rausgekloppt, ich glaube, die ganze Mannschaft war einfach nicht so ein bisschen, also war so als Mannschaft nicht so auf der Höhe, und dann kommen halt so Sachen raus, wie dass du halt irgendwie diese Einwurf von Ito, dann irgendwie Fehlpässe Richtung Müller, die sprechen sich nicht ab und so Geschichten, also irgendwie war ein bisschen der Wurm drin im Spiel, aber wir gehen jetzt mal weiter zur 62. Minute und da hat Ömer Faruk Bejas sein Bundesliga-Debüt gefeiert, kam für Klimovic rein, was auch allerhöchste Zeit war und Tanko Di Bali mit seinem Comeback für Massimo, Frank, wie fandst du die beiden so im Nachhinein, Koulibaly und Bejas? Ja, also Bejas fand ich jetzt unauffällig, aber das ist ja auch im Prinzip so mal Luft schnuppern und das war auf jeden Fall, hast du im Vergleich dann zu Klimovic, glaube ich, nicht so viel verloren in dem Spiel, also war richtig und Koulibaly fand ich halt gut reingefunden, leitet ja auch das schnell, reaktionsschnell, mit dem Kopfball, dann prägt praktisch auf, man muscht den Ausgleich ein, ist physisch da, macht auch das, also merkt schon, ist halt einfach schon ein bisschen abgezockt, obwohl so jung, weil er eben auch den Ball aufhält, also den Einwurf, weil ich glaube, das wäre richtig gefährlich geworden oder hätte richtig gefährlich werden können, wenn Kostic den Einwurf gleich machen kann, weil halt alle in voller Bewegung sind, wenn da der Einwurf genauer kommt, ist halt einer im vollen Lauf, mit dem Ball am Fuß und von daher, der hat gleich gut funktioniert, Massimo ist halt, ja, weißt du ja selber, wenn du so, wenn du auch die Twitter-Timeline beobachtest, das ist ja schon so, da scheinen sich ja sehr die Geister von, der schafft's nie bis, der wird richtig gut, ist ja da alles dabei, ich tue mir bei dem auch so ein bisschen schwer, also ich glaube, er wirkt halt auch für mich wieder jetzt, wenn er jetzt gegen die Eintracht so wirkt, dass er, der hat einfach nicht so dieses, wo die anderen Jungen haben bei uns oder zum Glück haben, so dieses, boah, ich gehe da jetzt raus und das funktioniert, also der dann auch und der auch, der hat eine gute Aktion, aber doch deine Brust wird irgendwie nicht breiter, weißt du, was ich meine, der kommt nicht so in so einen Lauf, wenn Koulibaly die erste gute Aktion hat, dann geht's vorwärts, oder hast auch bei Marouche, man ist gut ins Spiel gekommen, hat merkt, da geht heute was und wird mit jeder Aktion selbstbewusster und besser und standfester und bei Massimo ist es irgendwie so, der hat drei, vier gute Aktionen, aber du hast trotzdem nicht das Gefühl, dass er jetzt so die mit breiter Brust dasteht. Das ist ein bisschen wie Klimawitz, die haben beide, du hast das Gefühl, das ist kurz davor, aber es passiert halt nicht. Ja, sie kommen nicht über diese Schwelle drüber, wo die anderen jetzt halt schon teilweise drüber sind und bei beiden musst du dir dann, also ich bin da kein Freund immer, weil die sind ja alle noch, ich hab dann jetzt mal wieder geguckt, die könnten fast alle dann irgendwann bald meine Söhne sein, wenn ich frühkind, ist das so vom Alter her, also wir brechen auch sehr schnell mittlerweile den Stab über so einen Spieler, der ist ein oder zwei Jahre da, ist 19 und wir sagen, boah, packt's nimmer. Also ist auch gefährlich, aber vielleicht ist bei denen eine Laie oder so vielleicht auch mal eine Option, dass sie sich irgendwo anders im Dauereinsatz, also wirklich auch einfach mit Startelf einsetzen und wo sie auch gesetzt sind auf der Position, vielleicht brauchen die vielleicht so eine Entwicklung. Vielleicht haben wir da halt auch im Moment schon noch das Problem, dass halt VfB 2 nur Oberliga spielt, dass es halt auch nicht nützt, wenn du sie runternimmst, eine Regionalliga, Entschuldigung. Weil da wäre es halt gut, wenn du in der dritten Liga wärst, wo du vielleicht doch mal ein paar Spiele aufbauen kannst. Also das, ansonsten bleibt er halt nur die Laie, aber ich glaube, das wäre vielleicht bei beiden eine Option, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es zumindest nicht beide so den Durchbruch unbedingt packen. Die brauchen halt Erfolgserlebnisse, glaube ich, beide und das sieht man vielleicht auch als bei Schorli noch, zu dem kommen wir später noch, wenn wir auf unsere Laie-Spieler blicken. Das ist vielleicht was. So ein ähnliches Beispiel, ja. Dann hatten wir über die gelbe Karte für Kulibar, die haben wir schon gesprochen, den 70. kamen dann noch Mangala für Klement, Mangala auch mit seinem Comeback nach einem halben Jahr und Ito für Sosa. Frank Sosa, den fand ich relativ isoliert auf links, also der hat nicht viele Flanken geschlagen, der hat aber auch ganz häufig den Ball nicht bekommen, was ein bisschen daran lag, dass er mit Klimowitz auf einer Seite gespielt hat und der auch ihn auch richtig gesehen hat. Also da ist einfach kein, das ist kein Tandem auf der Seite noch gewesen. Also da war überhaupt keine Bindung. vielleicht auch bei Sosa jetzt mit Länderspiel und Einser vielleicht auch vielleicht eine ganze im Kopf noch oder 100% da gewesen. Also ich fand auch bei ihm so, ja, einfach nicht so gedankenschnüller, wie er sonst normalerweise jetzt war. Ja. So insgesamt, das fand ich aber auch bei Endo, der zwar für mich immer noch der Beste am Platz war insgesamt, aber auch da merkst du halt schon auch die Anzahl der Spiele, die die dann jetzt schon wieder haben und eben auch Endo, gut, mit Olympia, mit dem Ganzen brauchen wir nicht drüber reden, dass das vielleicht auch nicht wirklich das Cleverste oder das Günstigste für uns jetzt war. Aber auch, also von dem Angriff fand ich auch, es war halt so, dass mit Klement und Klimowitz zwei waren die nicht wirklich ins Spiel gefunden haben. und das war vielleicht auch das, dass dann eben oft vorne noch ein Einspielpart gefehlt hat. Also waren so ein paar Situationen, wo eben Marmouche die Situation einleitet, dann natürlich vorne in der Mitte fehlt und weder Klimowitz oder Klement noch sonst jemand eben dann irgendeinen Raum besetzt. Beziehungsweise einmal ist es auch wirklich so, dass immer wieder bei dieser Entscheidungsfindung das, ich glaube, Massimo nach außen wegzieht und Klimowitz auch nach außen erschläuft und der Standkap merkt, oh, ich hätte eigentlich in die Mitte laufen sollen. Und das war diese, glaube ich, auch so in der 60, irgendwo in der 60. oder so, diese eine Situation und ja, deswegen bin ich auch bei Mangala, klar, hat auch so ein paar, merkst du einfach, dass er nicht voll da ist, aber den müssen wir halt so schnell wie möglich wieder jetzt mit Spielpraxis ranbringen, weil den brauchen wir einfach. Ja, also auf Mangala können wir gleich mal zu sprechen kommen. Vorher noch kurz das abgefischtene Tor von Kamada, Jöllenbeck, wie gesagt, also super, super Pass, der war, glaube ich, der schönste Pass im ganzen Spiel, aber leider ist er halt der Schiedsrichter, also leider aus Frankfurter Sicht und dann 77. Also spätestens, du hast ja vorhin gesagt, dass er schon ein bisschen eher auf Seite für Frankfurt gepfiffen hat und also das ist das beste Beispiel dann, dass er auch die Vorlage versucht und da halt sein fußballerisches Talent zeigt und da Kamada wunderbar in die Gasse bedient, der einschiebt, aber ja, es ärgert mich halt, weil lustigerweise genau bei der Szene oder bei der Szene hast du es mal geschafft, auch Platz zu haben, dass du nicht eben drei Verteidiger vor dir hattest, wo du eben dann auch mal aufs Tor schießen konntest und der war lustigerweise dann bei Kamada drin, da gab es vorher so eine Situation oder ich bin mir gar nicht sicher, ob vorher oder nachher, aber auf jeden Fall, da wurde der Ball auch nochmal rangegeben, wurde von Lammers dann nach außen gezogen, macht da zwei Tricks, spielt rein zu Kamada, der wieder ein spitzer Winkel beziehungsweise hat Torwart und noch VfB-Spieler vor sich, muss dann auch nochmal reingeben und da steht halt keiner und das ist auch ein gutes Beispiel so dafür, warum das bei Frankfurt nicht so gut geklappt hat, weil das war einfach so eng auch da hinten drin und man muss denen das noch ein bisschen austreiben, dass man das so Hütter-Fußball-mäßig bis in Fünfer da rein kombiniert, sondern dass die auch mal von weiter drauf ziehen können und lustigerweise halt mit Jöllenbeck-Vorlage gab es da halt natürlich dann die Chance. Einfach mal so schön den Ball in die Gasse mit der Hacke. Genau, kommen wir zu 77. Minute. Zuerst hat Mangala gelb gesehen und dann klärt der VfB eigentlich den freien Stoß Mangala spielt den Ball aber zu kurz raus auf Sow und der legt die direkt rüber auf Kostic und Philipp Kostic macht das, was er immer in den nächsten drei Spielen gegen VfB gemacht hat. Sie zieht von links ab und das Ding geht vom rechten Innenpfosten rein. Frank, warum kassieren wir immer das gleiche Scheiß-Tor von Kostic? Jedes fucking Mal. Ja, wir haben es ja gut vorbereitet diesmal. Ja, also mich hat schon das Faul ein bisschen geärgert, was einfach durch ein schlechtes Stellungsspiel zustande kommt. Also er ist dann ja, schon ein bisschen in der Not vielleicht auch nicht wirklich, aber er geht halt dann Nummer sicher und zieht halt dann das Foul. Und dann, wie er den Ball da wegspielt, das ist halt echt schlecht. und das ist halt und du merkst, dass Soho ist einfach schnell und der weiß, wo Kostic steht. Also das geht halt dann rasend schnell. Da sind einfach die zwei, drei Meter Platz. Dann ist Anton vielleicht da ein bisschen passiv auch. Was mich dann gewundert hat, weil eigentlich klar war, dass er abzieht. Vielleicht kommt er auch nicht mehr ran. Das finde ich dann immer schwer zum Einschützen. Also ob er sich nicht zutraut, ranzukommen und dann eben versucht zu blocken irgendwie oder und man muss schon sagen, er passt halt genau. Also fünf Zentimeter weiter rechts ist Müller mit den Fingerspitzen dran und fünf Zentimeter oder andersrum. Also dann geht er halt am Pfosten, dass er rausspringt. Also der ist halt nett, aber so was von platziert in dem Moment. Ja. Also es funktioniert halt immer wieder. Gut, ich glaube, das ist halt so ein typischer Kosti-Schnu, wo man fragt sich immer, warum verteidigt das keiner besser? Aber das hat man bei Arjen Robben sich auch immer gefragt. Also warum immer alle drauf reinfallen, dass der in die reinzieht und dann schießt. Zumal das ja aber auch genau das Ding ist, was mich ja die ganze Zeit auch genervt hat bei der Eintracht. Also das habe ich ja jetzt auch bestimmt schon fünf oder sechs Mal gesagt, die tragen das sonst vor das Tor. Und hätte Kosti-Schnu reingespielt, es wäre nichts geworden, weil 15 Leute da stehen, dann drei VfB-Spieler hätten das Ding wieder weggehauen mit Kopf, Fuß oder was weiß ich. Und du hättest einfach keine bessere Schussposition gehabt. Kosti hat die Gaste gesehen. Ich war auch beim ersten Mal nicht so ganz sicher, ob er den nicht vorlegen wollte. Aber der hat halt gepasst. Und das ist halt die Qualität von Kosti, wo er da eben dann auch das da drauf haut und das immer gut funktioniert. Also ist ja so wirklich dieses Signature-Tor und eigentlich auch genau das, was ich mir vorher von Eintracht gewünscht habe. und umso geiler, dass es Kosti gemacht hat und schöne Geschichte auf jeden Fall. Und da ist es vielleicht auch noch, er merkt so bei uns im Moment gerade eben ist es auch mit den Abstimmungen. Ich finde auch, dass eigentlich über die andere Seite das ganze Spiel wenig ging und da hätte ich auch mir gewünscht, dass man halt auch taktisch einfach mehr auf Kosti achtet. Also ihm einfach auch gar den Platz lässt. Also vielleicht da an Koulibaly dann vielleicht auch mehr sagt, du musst halt deutlich mehr nach hinten arbeiten von der Anweisung her aber er hat halt da echt viel zu viel Platz von dieser ganze Situation. Er steht ja da wirklich komplett allein und es muss halt wirklich Anton rausrücken, um überhaupt ihn zu decken. Das ist ja klar. Bleibt alles bei dem Fehlplatz von Mangala hängen, kann man einfach besser klären. Aber trotzdem kann es halt nicht sein, dass du mit dem Fehlplatz und du eigentlich hinten stehst, also nicht in der Vorwärtsbewegung bist, dann trotzdem praktisch den nicht stellen kannst. Also es war schon so eine komplette Fehlerkette irgendwie, die da halt auskürzt wird. Und das war für mich halt auch so in dem Spiel eben, wenn dich eine Mannschaft mit ein paar Pässen wirklich auseinander nimmt und du sagst, okay, es war einfach gut gemacht, kannst du nichts machen, okay. Aber das ist, finde ich, auch wieder so ein vermeidbares Gegentor einfach. Ja, zumal das ja auch, Entschuldigung, doch zumal das ja auch dieses typische individuelle Fehler ist, der Ball ist halt noch in der Bewegung und du legst ihn dann einfach einen Ticken zu weit vor und dann hast du halt eben einen Soul, der das mittlerweile richtig stark macht, der das Ding dann auch mit einer Körperpräsenz an sich nimmt, den rüberleitet und dann geht es schnell. Also das ist ja auch das, was man vorher schon bei der Eintracht gesehen hat beziehungsweise auch schon vorher das Gefährliche war, dass du über individuelle Fehler die Bälle verlierst in deinem letzten, also in deiner, na, in deinem letzten Drittel und dass es dann schnell gehen kann und das hat glücklicherweise von Eintracht-Seite aus diesmal dann gut funktioniert und auch den Mut dann von Kostic gebraucht und ja, halt ein vermeidbarer Fehler, aber hat sich ja dann irgendwann ausgeglichen. Ja, in der Tat, ja, genau. Wir kommen erstmal zum, zu 80. Minute, ähm, Kempf, äh, geht raus, Al-Gadoui kommt rein, also VfB schmeißt nochmal alles nach vorne und dann zu 82. Minute und, äh, der geneigte VfB-Fan fühlt sich erinnert an Borna Sosa gegen Bremen 2018. Äh, Ito, äh, macht einen Einwurf nach hinten, ähm, den, äh, sieht Boree, äh, überholt Anton in der Rückplatzbewegung, Anton, also Boree fällt, Anton bringt ihn zu Fall, ähm, und es gibt Rot, wie sich das herausgestellt hat, nur Einspülsperre, ähm, und wir haben auch die Hörerfrage, die kann ich gleich mal vorziehen, von Ed Tomalo, äh, 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 wo ist es genau, Ed Tomalo, äh, unterstrich.de, der fragt, war es wirklich ein Foul vor der roten Karte? Olli, war es für dich ein Foul? Also war es für dich ein, äh, also musste man es pfeifen und Rot geben? Muss man es pfeifen, ist immer sehr relativ heutzutage, aber ich, aber ich, ich würde halt auch so falsch gehen, also, er lässt sich schon, also er ist schon sehr beherzt dabei und lässt sich schon ein bisschen fallen, das muss man sagen, aber er nimmt einfach die Chance, die da vor ihm lässt und der Kontakt war auch irgendwo da, ähm, und, ähm, ich würde es halt wirklich ohne Scheiß, ich würde halt einfach sagen, es war der individuelle Fehler vom Abwehrspieler, der in dem Moment halt einfach entweder souveräner oder halt, ähm, ja, hätte wegbleiben müssen, weil Boré nutzt diesen Fehler einfach glasklar aus, es war nicht so, dass er irgendwelche Beine wegsäbelt, sondern berührt er leicht und, ähm, ja, dann kannst du das auch, finde ich, pfeifen und machen und damit geht das voll klar. klar, ich hätte mir natürlich gewünscht, wäre es ein paar Meter weiter vorne, weil dann gäbe es einen Elfmeter und das hätte die Eintracht besser nutzen können als diesen kläglichen Freistoßversuch von Kostic, ähm, aber ansonsten, ja, volles Problem von den Spielern und um das nochmal kurz anzubringen, weil ich finde es ganz witzig, ich weiß, wir sind in einem VfB-Podcast, aber um das ein bisschen erklären zu können, ähm, nämlich vorher, vor dieser Situation, war der grandiose Wechsel in der 80. Minute von, äh, Oliver Glasner, dass er da Costa, ähm, für Durm bringt und Paciencia für Hauge. Paciencia hat den Vorteil, Paciencia ist dieser klassische Strafraumstürmer, äh, der man mit Lammers hatte, den man aber für Boree aufgegeben hat. Sprich, Boree ist ja dieser kleine, wuselige Spieler, auch für die Situation dann eben, um im 16er da besser reinzukommen, die richtige Wahl, äh, weil es eben vorher bei Lammers auch noch nicht so gut geklappt hat und, äh, kam aber dadurch, dass Paciencia reingekommen ist und Hauge auch im selben Moment für Paciencia dann raus ist, der übrigens ja auch gerade der torgefährlichste Eintrachtspieler ist, ähm, hat man dann die Möglichkeit gehabt, Boree spielt in der Nationalmannschaft auch immer mal rechts außen beziehungsweise rechtes Mittelfeld und Boree ist halt ein kleiner, aggressiver und vor allen Dingen auch schneller Spieler, was man halt in dieser Situation dann gut gesehen hat. Hätte der in der Mitte gestanden und, ähm, Hauge wäre da auf der Seite, der würde sich, glaube ich, nicht so arg fallen lassen beziehungsweise wäre da auch vielleicht nicht so tempomäßig so weit weg, aber Boree ist halt dann dieser Giftswerk, der dann sich da den Ball erkämpfen kann und, ähm, diese Situation da einbringt. Also es ist lustig, dass so ein komischer Wechsel, den man in der 80. hat, sich dann irgendwie dann so veräußert und, ähm, ja, stark gemacht von Boree und setzt so das fort, was man ja vorher dann immer gemacht hat. Er bestraft die, ähm, bestraft die Stuttgarter eben mit den eigenen Fehlern. Ja, ja, also ich würde gerade sagen, ich bin auch froh, dass es kein Elfer war, obwohl Boree sich alle Mühe gegeben hat, noch sehr weit zu fliegen. Das konnte man schön sehen, wie er die Beine angezogen hat, ähm, aber, ja, also ganz, ganz kurz, ich fand, also die Berührung ist da, ähm, und wenn er, wenn er ihn berührt und wenn er ihn irgendwie am Laufen hindert, ähm, ja, muss es pfeifen, dann ist es natürlich rot, weil es, weil es, weil es eine klare Torchance vereitelt hat. Ähm, aber selbst bei der, selbst bei der gelben Karte wäre er runter gewesen, oder? Ja, ja, und es wäre aufs Rechen ausgelaufen, ein Spielsteller. Genau, also von daher, da ist es nur mit einem Spiel abgelaufen, jetzt ist es schon so, auch das, wo die Sportgerichte sagen, rot ist da schon, pff, schwierig. Also, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob es wirklich eine hundertprozentige Torchance ist, zu dem Zeitpunkt, wo es sich fallen, das war, den ersten Kontakt, der gleich mitnimmt. Ich glaube, ähm, wäre es ein Stückchen weiter vorne gewesen und hätte Anton nochmal nachlangen müssen, hätte es auch einen Elfmeter geben. Also, von daher bin ich auch im Nachgang froh, dass er nicht weiterprobiert, sondern dass er den ersten Kontakt dankend annimmt und eben nicht versucht, in den 16er reinzukommen, weil er war eigentlich schon vorbei und ich denke, dass Anton dann nochmal nachgelangt hätte. Und dann hättest du halt den Elfmeter gehabt, der dir mehr bringt, aus meiner Sicht, als die rote Karte. Ja, und dann wäre es auch durch gewesen. Dann wäre es auch, glaube ich, durch gewesen. Deswegen war es im Nachgang für uns glücklich. Ich hätte, aus meiner Sicht ist es eine gelbe Karte, weil, also, es ist sicherlich nicht regelkonform, wenn du da pfeifst, aber für mein Gefühl ist es eben eher die gelbe Karte, weil es, weil mir der Stürmer zu früh den Kontakt einfach auch dankend annimmt. Ich weiß, dass das kein Bewertungsmaßstab in der Regel ist und da musst du im Prinzip als Schiedsrichter nur entscheiden, okay, war es eine hundertprozentige Torchance? Ja, nein. Und dann musst du eben die rote ziehen, aber von der Bewertung her so. Und jetzt hast du ja auch das, dass du im Prinzip mit einer gelben Karte wäre auch ein Spiel gesperrt. Von daher, wir haben da kein Elfmeter bekommen gegen uns und damit noch die Chance zum Ausgleich. und hast jetzt halt dieses Spiel mit einer Sperre, was uns sicherlich auch wehtut, weil Anton schon noch der Stabilste von den Dreien hinten ist im Moment. Oder ja, schwierig, also kann man auch darüber streiten, aber ich finde ihn im Stabilsten im Moment. Ja, ist er auch. das sehe ich auch ganz genau so. Da muss wohl dann Ito ran, der auch, glaube ich, ja, ich glaube, das war so, also dieser Einwurf, das war so, das hat so den ganzen Nachmittag vom VfB, jetzt mal abgesehen von dem Ausgleichstreffen, natürlich auch ganz gut zusammengefasst. Es war irgendwie, es passte nicht. Also, es war der tausendste Fehlpass sozusagen, den wir uns an diesem Abend geleistet haben oder an diesem Nachmittag und ja, ich meine, klar, es braucht man erst nicht den Stab über Ito brechen, das ist einfach fehlende Abstimmung. Also, der wirft einfach falsch zurück oder wirft, keine Ahnung, guckt nicht, guckt nicht, wo Anton steht, wo Müller vielleicht auch steht, wer es ja aber zum Torwart zurückwerfen wollte, das war auf jeden Fall ein sehr misslungener Einwurf. Ja. Springen wir mal in die 88. Minute. Eigentlich hat Frankfurt das Ding schon geklärt, dann köpft, Koulibaly, das hatten wir schon gesagt, köpft das Ding, köpft den Ball wieder in den Strafraum rein, Mamusch scheitert zunächst an der Frankfurter Verteidigung, wurschtet sich aber durch und machten dann im Nachschuss rein, rennt vor den Gästeblock, der komplett eskaliert. Also, es war auf jeden Fall sehr geil, das im Block zu mir zu erleben und ich habe auch immer wieder vergessen, dass wir eigentlich in Unterzahl waren zu dem Zeitpunkt. Olli, wie war denn deine Reaktion auf das Tor? Also, ich musste ein bisschen die Eintrag Frankfurt verteidigen und sagen, es war nicht geklärt. Es war zweimal ein Versuch zu klären, der aber so komisch über den Schädel gerutscht ist, dass man sich echt fragen kann, ob man doch vielleicht lieber irgendwie, keine Ahnung, die Haare vorher nochmal trocken rubbelt, weil es ist ja wirklich, also er hat es ja versucht und Hinteregger ist eigentlich ein kopfballstarker Spieler, aber dass er den Ball da nicht wegkriegt, ist halt einfach ärgerlich und dann kommt das Ding runter, landet bei Mamouche, dann ist natürlich auch die Frage, hätte es mehr gebracht, hätte Indica nicht nochmal sich da vor Trab geschoben und versucht zu klären, hätte Trab den gleich festgehalten, alles wäre, wäre Fahrradkette, wie das der Kollege, wie heißt er, Matteo, Dingsbums, Lothar Matthäus, Lothar Matthäus, Matteo, Matteus genau, sagen würde und das natürlich, ja, super bitter für die Eintracht, wir hatten, John hat im Podcast schon, äh, im Livestream schon gesagt gehabt, er will sich gar nicht freuen und das war eigentlich so genau diese Szene dann, wo er gesagt hat, ja, genau deswegen nicht, weil, ich meine, geil für Mamouche, dass er sich mit einem Tor nach einem wirklich starken Spiel belohnen darf, beschissen für die Eintracht, weil die den Sieg eigentlich mehr gebraucht hätte und, ähm, auch in der Halbzeit vor allen Dingen ja auch fair gewesen wäre, beziehungsweise verdient gewesen wäre, aber, die Situation kommt, du machst es nicht ordentlich, du wirst bestraft und, klar, das Spielglück ist gerade nicht bei Eintracht Frankfurt, aber, äh, Mamouche setzt sich da durch, setzt danach und, äh, macht das Ding. Ah, 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 ja und, äh, Frank hat sich auch belohnt eigentlich für ein gutes Spiel, oder? Wie der Olli das auch gerade schon sagte. Ja, absolut und, was wir halt jetzt wirklich, das muss man sagen, das ist eine Qualität, die ich wirklich dann mit dem, ja, mit dem Trainerwechsel auf, auf Pellegrino einfach, ähm, mache, ist, wir, wir lassen halt einfach nicht nach. Also es ist, du hast Unterzahl, du hast das, das 0-1, da hätten wir vor dieser Zeit einfach die Spiele abgeschenkt, das wäre halt der 0-1-Ausgang und fertig. Und du hast bei denen immer, die machen einfach weiter. Es wird gar nicht lang sich dran aufgehalten und, und wir haben jetzt dann die letzten zwei Saison, so viele Spiele, wo wir nach Rückstand immer wieder zurückkommen, das ist schon etwas, wo ich sage, das macht mich auch so ein bisschen immer wieder stolz, weil ich sage, das ist deswegen, in dem Moment wäre ich auch gerne im Block gewesen, weil das sind einfach die Momente, wofür du einfach dann auch ins Stadion gehst. Ja, das war ziemlich geil, mir ist das Handy irgendwo aus der Hohentasche gefroren und lag drei Reihen weiter unten, das war schon ziemlich geil. Wo du auch, wo du dann zwar auch danach nass bist, weil dann jeder Becher durch den Block mal geworfen wurde und so, aber, und alles völlig Corona-konform. Ja, aber das ist dann wirklich so, und das macht schon auch die Mannschaft ein bisschen aus, deswegen, hast du das so früher, die dann nach der Zwei-Nachsaison gesagt hast, jetzt können wir es eh und hättest dann nur mit einem halben Auge hinguckt und mittlerweile guckst du das bis zum Ende an, weil du immer das Gefühl hast, die kommen nochmal, die probieren es nochmal oder so und das, es hat sich dann auch der Richtige belohnt und, ja, Hut ab, auch da wieder vom Mislint hat, der den auch so angekündigt hat nach dem Motto, der wird uns gleich helfen. So, also, im Moment machen die da einfach relativ viel richtig außenrum. Ja. Das muss man einfach, ist ein gutes Gefühl im Moment, von daher. Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann hast du halt auch mal das Glück, wie in der 94. ich glaube, der geht von zehnmal, geht er neunmal rein oder vielleicht sogar auch noch häufiger. Also, da können wir direkt mal hinspringen. Also, das Ding habe ich ja erst in der Zusammenfassung hinterher gesehen, als ich wieder zu Hause war. Also, eine Boree schießt für alle, die es nicht mitbekommen haben. Müller pariert das Ding an die Latte und dann von der Latte springt es an seinen Rücken Richtung Torlinie. Hat man tausendmal gesehen, das Ding geht halt rein, der Torwart sieht doof aus, kann nichts machen. Aber, eine Torlinie kriegt der Ball für sich einen Backspin und springt quasi vom Tor weg und Müller hat sich natürlich mittlerweile rumgedreht und springt auf den Ball drauf. Ey, das war ja wirklich also, pures Glück. Da kannst du, also, keine Ahnung, wäre natürlich auch richtig doof, richtiges Kacktor gewesen, wenn er reingegangen wäre. Aber der Punkt im Nachhinein, also mit der Szene kannst du eigentlich sagen, einfach nur Glück, dass der Ball so komisch springt. Olli, wie, wie habt ihr die Szene oder wie, wie hast du die Szene, ihr habt das ja euch dann im Livestream angeguckt. Ich empfehle die dementsprechende Sequenz aus dem Highlight-Video. Verlinken wir auf jeden Fall die Videos. Hilfe, 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 Hilfe. Zumal auch, ihr müsst euch auch noch vorstellen, ne, Boree ist ja eigentlich aus Südamerika gekommen mit einem krassen Marktwert, kostenlos, also ablösefrei zur Eintracht. Ja, geil, das wird unser neuster Stürmer. Bisher super schwerer Stand, hat noch nicht so geschafft, eben das so reinzukommen, beziehungsweise da so krass integriert zu werden und hat er auch vor allen Dingen in der Pause vorher, in der Länderspielpause, schon mal ein Ding an den Pfosten gehauen und dann irgendwie ist er zurückgesprungen und er ist ins Aus gegangen. Und dieses Pech, was der gerade am Schuh gekleben hat, und du musst ja wirklich sagen, das passt wieder so super dazu, zu sagen, wir leben in einer Simulation, weil das war ein FIFA-Momentum-Rage-Quit-Moment. At its best. Also wirklich, dass zum einen richtig geil, wie er den genommen hat und dass er den da drunter prügeln will, aber dass der halt genau so fällt und nicht mit der Geschwindigkeit und dem falschen Winkel an den Rücken von Müller da fällt, dass er da mit dem Backspin dann wieder raushüpft. Ich weiß wirklich nicht, wie das funktioniert, ey. Ah! Also wirklich, es ist wirklich... Also ich glaube, ich korrigiere mich, es ist einer von 100, der so rausspringt und nicht einer von 10. Ja, also ich kann mich an so eine... Normalerweise gehen die immer rein. Also ich wüsste jetzt auch keinen anderen, der mal so... so einen Drall irgendwie in die andere Richtung bekommen hat. Und das halt auch noch in der 94. Also wir reden ja gerade, wir haben ja gerade schon über diesen Moment in der 88. Minute geredet, was das so ein krasses Ding war. Und wie heftig wäre das gewesen, wäre der reingegangen. Das ist so in der 94. Und die Eintracht braucht den Sieg und es muss einfach mal laufen. Ja, wobei ich das ja noch viel krasser finde, weil wir in der 93. ja wirklich auch nochmal eine gute Aktion, wo wir dann vorne... Es ist ja praktisch der Gegenzug zu eigentlich einer Chance, wo wir ja vielleicht auch zu viel in Unterzahl wollen und dann in der 93. nochmal wirklich mit Dampf nach vorne gehen und dann praktisch der Gegenzug dir dann fast nochmal den Punkt nimmt. Also von daher... Ja, also mit den letzten 10 Minuten ist der, um da vielleicht auch so ein Fazit zu wechseln, ist der Punkt okay. Ja. Also... Das ist auf jeden Fall ein gewonnener Punkt für uns. Ja. Ja. Und das ist dann auch immer so, muss man halt bei unserer Situation... Wir haben eben wahnsinnig viele Verletzte für die Truppe und es sind halt wichtige Spieler, die einfach fehlen. Es sind nicht nur Ergänzungsspieler, die fehlen. Und da hätte man im Vorfeld, man hätte es eigentlich gesagt, mit einem Punkt in Frankfurt, ist gesagt, das ist alles okay. Also dürfen es auch nicht dann die Eintracht zu schlecht machen und dann sagen, ja, wir hätten da eigentlich drei Punkte holen müssen. Also das ist dann vielleicht ein bisschen zu viel. Ja, ja. Ja, Olli, wie ist denn dein Fazit? Ihr habt jetzt immer noch, glaube ich, kein Spiel gewonnen. Drei Unentschieden und eine Niederlage. Wie ist die Stimmung in Frankfurt? Ja, also ich würde das auch gerne da von Frank einfach aufnehmen. Und ja, auch sagen, und das ist ja so ironisch, weil Frankfurt-Fans sind von Spiel zu Spiel immer weiter und euphorischer und sind halt der Meinung von wegen, es wird ja auch besser und es wird ja auch per se besser. Also wir haben jetzt mittlerweile ja wieder schon ein Tor geschossen, das ist ja schon schön. Gleichzeitig ist man auch auf Platz 15 und das ist ein bisschen sehr ernüchternd. Wobei man auch sagen muss, dass wir eigentlich mit dem Umbruch, so wie er passiert ist, super zufrieden sind. Und das war auch wirklich, keine Ahnung, so ein Ding, was wir jetzt bei uns im Podcast vorhin so genannt haben. Das meiste Wort, was gefallen ist, ist halt warten. Warten, warten, warten. Die Spieler müssen sich finden, die Offensive muss sich finden. Man hat da krank viel Personal geholt, was den Kader super verstärkt hat beziehungsweise die Breite da garantiert hat. Und es sind alles tolle Entscheidungen. Man muss aber auch sagen, die Eintracht hat sich nicht belohnt. Das Glück war beim VfB sowohl mit den Lattentreffern als auch dann, finde ich, bei der Chance von Mamouche, weil, dass der da nicht ins Aus geht oder dass der nicht festgehalten wird oder irgendwo hängen bleibt, ist auch nicht so eine Standardsituation. Ich würde es halt wirklich fazitmäßig dabei auch unterschreiben, dass ihr halt einen glücklichen Punkt gewonnen habt und die Eintracht einen Punkt verloren hat. und ja, wir müssen das, ich als Optimist, wir müssen das halt an den personellen Sachen ersetzen. Kostic hat sich belohnt, hat sich gleich auch wieder in die Herzen der Fans gespielt beziehungsweise mit seinen Treffern auch wieder ihm recht gegeben, dass er halt doch der Richtige ist und er spielen muss. Man hat einen Boré gesehen, der auf rechts gut Druck gemacht hat mit seiner Chance. Man hat wieder Kamada gesehen, der besser war im Spiel und vor allen Dingen auch ein Highlight, finde ich, dieses Spiels, worüber wir vorhin gar nicht geredet haben, aber das war auch das, was ich in der Halbzeitanalyse als Key-Moment mitgenommen habe und zwar die 60. Minute. Du bringst nicht nur Kostic, der ja super wichtig war und auch super wichtig ist, sondern du bringst auch Jakic, die Neuverpflichtung, die vor allen Dingen Djibri Sol dann im Mittelfeld eben auch Platz gibt und vor allen Dingen der aggressive Sechser ist, der gleichzeitig aber auch das Spiel leiten und verwalten und die Bälle verteilen kann. Von daher muss ich mich an dem hochziehen. Es ist richtig geil, dass der bei der Eintracht ist, dass der da verpflichtet worden ist beziehungsweise jetzt erste Spielpraxis gesammelt hat plus bis auf Ausnahmen auch super funktioniert hat. Der hat auch, glaube ich, also nach Kicker hat er eine 100-prozentige Passquote gehabt und laut einem anderen Medium 92 Prozent und für die Zukunft mache ich mir tatsächlich bei ihm mit Sol zusammen als Mittelfeld gar keine Sorgen. Es geht jetzt Donnerstag, also ich weiß ja nicht, wann das rauskommt, aber es geht jetzt erstmal in der Euro-League gegen Okay, sehr gut. Dann geht es morgen gegen Fenerbahce Istanbul. Das ist das nächste Ding, wo wir alle super gehypt sind und das überschattet das alles so ein bisschen. Klar werden ein paar Stimmen, die so die Standard-Pessimisten bei uns, die werden da ein bisschen lauter und sobald du halt auch nicht zeigst, dass es läuft, ist es halt auch schwierig, dem entgegenzusetzen, aber abwarten. Einfach nur abwarten. Also es ist halt echt und ja, so war das Spiel. Man konnte sich leider nicht belohnen, aber es wird noch kommen und man hat ja noch ein Rückspiel, das genauso hoffentlich dann unterhaltsamer wird, wie es eben dann die zweite Halbzeit war. Ja, das ist eine ganz gute Überleitung zu den Kommentaren unserer Hörerinnen und Hörer auf Social Media. Ihr findet uns natürlich wie immer auf Twitter, Facebook und Instagram. Der Ed Enidel12 hat geschrieben, Mamusch ist gut, Mangala braucht Spielpraxis, Müller erarbeitet sich Glück und Augen auf beim Einwurf, da haben wir schon drüber gesprochen. Der Ed Admiral Iplus schreibt, moralischer Sieger, Punkt nehmen wir gern mit, noch viel Arbeit, vor allem die individuellen Fehler muss man abstellen, Oma war sehr stark, der wird uns noch viel Freude machen und schreibt aber nur, wenn die Spieler nur langsam zurückkommen und in den Rhythmus kommen, wird er schon. Ich denke mal, das ist etwas, wo wir auch so ein bisschen die Hoffnung setzen, drauf setzen, warten, bis die Spiele langsam zurückkommen, kommen wir gleich drauf, wer da vielleicht schon gegen Leverkusen oder gegen Bochum die Woche drauf auf dem Feld steht bei uns und der Chris schreibt, uff. Genau, dann blicken wir doch mal auf die aktuelle Lage jetzt, der VfB ist jetzt Zehnter mit vier Punkten nach vier Spielen, so langsam kann man dann auch mal auf die Tabelle gucken jetzt, spielt jetzt gegen Leverkusen, bei denen läuft es erschreckend gut, die haben am ersten Spieltag 2-0 gespielt gegen Union, dann aber vier Tore gegen Augsburg geschossen, vier Tore gegen Gladbach und jetzt Dreik gegen Dortmund, das Spiel habe ich mir vorhin noch mal in der Zusammenfassung angeschaut, puh, es sind sechs, erst mit sieben Punkten und was mir vor allem besonders Sorgen macht, ist, dass die relativ fit sind alle, also Patrick Schick, der ist ja letzte Saison, hat er sich ja im Spiel gegen uns, glaube ich, war auch als dritte oder vierte Spieltag verletzt, was uns in diesem Spiel, glaube ich, nicht geschadet hat, dass der nicht mehr länger auf dem Platz stand, die Musa Diaby und Patrick Schick haben jetzt beide schon drei Tore geschossen, Wirtz, zwei Tore und drei Vorlagen und vor allem, was ich eben auch noch in der Zusammenfassung gehört habe, das ist die Mannschaft mit den meisten Toren in der Anfangsviertelstunde und da sehe ich für den VfB ein ziemliches Problem. Frank, wie blickst du auf das Spiel nächste Woche? Also Leverkusen gehe ich komplett ohne Erwartung an. Also ist vielleicht dann so, also ich möchte nicht, dass wir da vier, fünf Dinger kassieren, weil muss einfach nicht sein, also man muss schon ein bisschen, man muss sich da nicht, ich würde da so ein bisschen wie wir angehen, wie im Pokal einfach sagen, naja, guck mal und alles, was du dort holen kannst, ist wirklich ein Zubrot. Sie haben eine wahnsinnig, ich habe mir das Dortmund gegen gegen Leverkusen anguckt. Die machen da halt auch, ja, mein gut, Dortmund lebt da halt auf und zu einer individuellen Klasse einfach viel mehr in dem Spiel. Also ich fand, die bessere Mannschaft war Leverkusen, weil naja, Dortmund hat einen Vorteil, dass sie halt vorne eine Waffe haben und die unvergleichlich ist, aber die anderen bei Leverkusen ist wirklich ein gutes System, da ist richtig Druck das läuft wirklich gut und da müssen wir uns schon warm anziehen hinten, weil ich glaube, dann die Fehlplätze, die wir spielen, haben noch viel härter bestrafen, als jetzt die Eintracht getan hat. Also wir müssen hinten auf jeden Fall deutlich stabiler und auch im Kopf schneller stehen, aber ich denke schon auch, das hat auch dann Dortmund gezeigt und wir haben schnelle Spieler vorne, also den ganzen glaube ich im Unschaltspiel schon richtig wehtun, aber wir brauchen halt einen Paradetag. Deswegen da musst du jetzt halt gucken, dass du dich nicht abschlachten lässt, unnötigerweise, weil du halt dann eben mit drei, vier Kisten heimgehst und dann eben gucken, also was richtig schwierig wird und wo wir aber auch die drei Punkte wirklich brauchen, ist halt in Bochum. Ja, genau. Vor allem, wenn du dir die Schüler anschaut, Hoffenheim und Gladbach kommen danach und also Bochum muss ein Dreier sein auswärts. Ja, also ich glaube, das ist ja auch gerade dann bei der Eintracht, so das Wort vorher gefallen ist, am Warten im Umfeld, also es gibt so und die ersten Bruttler kommen schon, wir haben ja schon so ein ähnliches, also so ein ähnlich stimmungsgeladenes Umfeld wie die Eintracht, wo halt dann auch sobald es mal drei Spiele nicht läuft, die Bruttler-Fraktion sofort wieder da ist und sagt, ja und hier und da und alles mit und das haben wir schon auch so in die Richtung und deswegen, was uns letztes Jahr ja geholfen hat, wir waren nie auf dem direkten Abstiegsplatz oder auf dem Relegationsplatz, wir waren immer davor und da musst du halt dieses Jahr auch gucken, dass das halt nicht passiert, aber dazu brauchen wir halt auf jeden Fall die drei Punkte in Bochum, weil wenn du halt jetzt auf die Tabelle guckst, es steht Leipzig hinter dir, das wird nicht dauerhaft so bleiben, also die werden irgendwann punktemäßig vorbeiziehen, ja dann hast du die Eintracht da mit drin, die auch in der Lage ist eben zu punkten, bei der Hertha bin ich mir jetzt nicht sicher, aber das sind schnell mal eben Mannschaften, dass sie nach hinten reinrutscht und das sollte es halt nach Möglichkeit ja vermeiden, weil das halt auch bei uns sonst im Umfeld zumindest unruhiger werden kann und wenn man auf unsere Verletztenliste schaut, Mangala kommt jetzt langsam zurück. Führig trainiert auch wieder? Führig trainiert, ich weiß jetzt nicht wie dann bei Silas dann war jetzt dann irgendwie frühestens Anfang November, ich hoffe da immer noch bei dem, dass es ein bisschen früher klappt, aber dann haben wir halt mit Sanko ist halt echt Katastrophe, und Kalajdzic ausgekühlt Schulter, also ich habe das früher vom Handball noch im Verein nicht mehr gehabt mit Schulterverletzungen, das war halt oft so, dass man gedacht hat, ja zwei Monate und dann waren es aber einmal sechs Monate, also Schulter ist halt auch, oder so aus meiner Erfahrung ist halt auch manchmal so ein bisschen schwierig und gut bei Ekloff, Ekloff ist halt auch nur so ein Der muss halt mal in die Mannschaft finden, also genau so wie Sisside und Hamada, die sind da auch, Hamada drin, nicht so viel individuell, aber es sind halt Leute wie Silas, Kalajdzic und halt führig, wo ich halt hoffe, dass die dann auch gerade auch vor allem Silas hilft uns halt, weil der halt wirklich dieses, der geht halt vorwärts und hat dieses Selbstvertrauen, der halt auch die anderen mitziehen kann, das war auch, ich glaube, jetzt der Spieler, der uns gefehlt hat gegen die Eintracht, der halt dann in diese Räume gestartet wäre, wo jetzt keiner war. Ja, und zwar torgefänglich auch als Massimo. Ja. Weil da ist auch Clement einfach nicht der Spieler für. Ja, das stimmt, das stimmt. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir den Blick auf die aktuelle Lage ab. Ich glaube, die Eintracht-Olli, die spielt jetzt gegen Wolfsburg am Wochenende. Die haben ja immerhin ihren besten Sturm schon uns abgegeben. Spaß. Leider nicht. Leider nicht, naja, das ist auch nicht einfach. Ach, den wollt ihr gar nicht. Nee. Den wollt ihr gar nicht. Nee. Ja, das, also ich bin halt wirklich gespannt auf Donnerstag, wie das da ausgehen wird, weil das ist für, witzigerweise auch für Fiena Batsche so das Ding, die haben ja eine ähnliche Situation mit ganz vielen Neuzugängen, wo die Reise hingehen wird und vor allem auch für die Eintracht wird es halt super spannend. Ich meine, man spielt ja nicht immer europäisch und das muss man schon mitnehmen und dann auch gerne erfolgreich und ich habe richtig Bock auf das Spiel. Ich freue mich da ganz toll drauf und Wolfsburg ist für mich tatsächlich so ein bisschen hinten dran. Ist natürlich eine super schwierige Aufgabe, habe aber gerade schon gesagt, der Geheimtipp dabei ist ja eigentlich, dass man Glasner hat und die Mannschaft des Gegners eigentlich fast genauso geblieben ist, wie in der Vorsaison. Und dass man da eigentlich, finde ich, einen Vorteil hat, was so Information und Gegneranalyse betrifft. Ansonsten wird es nicht einfach, auf keinen Fall. Also du hast Wolfsburg gerade als Tabellenführer, die haben einen starken Kader, das macht mir ein bisschen richtig Sorgen. Also ich denke auch, genauso wie wir es jetzt gesagt haben, die bestrafen noch dreimal eher die Chancen als Stuttgart. Es ist lustig, dass das eigentlich so fast austauschbar ist und beide Vereine sich in einer ähnlichen Situation befinden. Gleichzeitig danach hat man das Spiel gegen Köln und danach die FC Bayern. Also ich weiß nicht, ob wir in den nächsten drei Spielen allzu viele Punkte holen werden. Ich hoffe es natürlich, weil ein bisschen muss man ja die Saisonstart doch nochmal positiv gestalten. und ja, wird spannend. Ich bin so gespannt, wenn ihr gegen Köln nicht wirklich punktet, dann hast du halt nach den Bayern wirklich dann schon so ein Kellerduell gegen Berlin vielleicht. Ja. Aber da ist glaube ich dann auch nochmal diese zweite Länderspielpause. Ja, die ist, da gibt es noch eine. Ja. Und das ist halt dann auch so, wenn du halt dann gegen die Bayern vielleicht auch nicht so gut ausgesehen hast, dann mit 14 Tagen mit Schlecht, also ja. Ja, da haben sie noch mehr Zeit, sich einzuspielen und da wird das bestimmt schon. Ist ja nicht so, als ob das der, als ob das Hertha BSC so gut gemacht hätte, dass man jetzt sage, allzu große Angst haben sollte. Aber ich gebe dir recht, also man muss schon ein bisschen jetzt die PS auf die Straße kriegen und wenn das gegen Wolfsburg gelingt und wenn das gegen Köln gelingt, bin ich da schon zufrieden. Bayern ist natürlich Bayern-Spiel, also da gewinnst du entweder 5-1 oder kriegst du 8-0 einen auf die Buckel und ansonsten ja, muss man halt da die Punkte wann anders holen. Ist natürlich schade, dass du aktuell bei den Mannschaften die Punkte nicht geholt hast, weil Augsburg und Bielefeld sind halt eigentlich dankbare Gegner, da musst du das machen. Aber es ist halt auch die Eintracht, das ist die launische Diva von Main. Man ist das gewohnt und man hat auch vor allen Dingen in der letzten Saison, vor allem in der Hinrunde, super viele Unentschieden gespielt und auch Glasner bei Wolfsburg, sodass sich das eigentlich auch dann höchstens am Ende der Saison rechnen wird. Ich denke schon, dass die Eintracht sowohl als Verein als auch der Kader und die einzelnen Spieler das Potenzial haben, sich da ganz, ganz easy rauszuhieven. Und in unserer Saisonprognose hatten wir auch, glaube ich, schon gesagt, man wird in der Winterpause wird man ungefähr so auf dem Mittelfeldplatz, wenn nicht sogar Platz 13, 14 landen, dafür aber dann auf der Endtabelle deutlich weiter oben. Und Frankfurt hat einen Kader und vor allem auch das Personal in und auch um Europa mitzuspielen. Von daher warten. Ja, sehr gut. Warten ist, glaube ich, ein schöner Schlussstrich unter dem schönen Schlusswort unter der aktuellen Situation. Blick noch mal kurz auf unsere Nachwuchsmannschaften. Der VfB 2 hat zweimal 40-2 gewonnen. Einmal gegen Mainz 05-2 und einmal gegen Schott Mainz. Tore gegen die 05er Manuel Polsters, Sven Schiplock, Alu Kuoll mit seinem dritten Saisontor schon und Julian Kudala. Und dann am Samstag Rektal mit einem Tor, Kudala mit seinem zweiten Saisontreffer Notnagel mit seinem zweiten und Käpt'n Krim. VfB 2 ist es in der Regionalliga, 8er mit 9 Punkten und spielen jetzt, wenn ihr das hört, heute Abend um 18 Uhr bei der FK Pörmasins und am Samstag gegen den Balinger SC. Die U19 hat 3-0 gegen Offenbach gewonnen. Thomas Kastanaras. Sehr schön. Ja, pass auf, du wirst dich gleich ärgern. Aber das weißt du auch schon. Thomas Kastanaras mit dem dritten Saisontor und Karalampos Trakes, von dem ich noch nie was gehört habe, mit seinem ersten Saisontreffer. Der VfB ist jetzt mit 9 Punkten und 10 zu 0 Toren, zweiter von 21 Mannschaften. Dass die nicht erster sind, liegt nur daran, dass Hoffenheim momentan da alles in Grund und Bodenschieß und die spielen jetzt am Samstag um 15.30 Uhr beim SC Freiburg. Die U17 hat auch gegen Frankfurt gespielt. Die haben 7 zu 0 gewonnen bei der Eintracht. Alter. Benjamin Brocki mit seinem zweiten, dritten und vierten Saisontor. Paul Wünsch mit seinen ersten beiden Saisontoren. Luca Raimund mit seinem zweiten und Janne Berner mit seinem ersten Saisontreffer. Ich habe kurz so überlegt, ob das die Elf von Kramny ist, aber der Trainer der U17 ist Erwin Skeler übrigens bei der Eintracht. Und Alex, mein Fußballgott. Ach echt? Ah, okay. Dann auf jeden Fall eindeutiges Ergebnis. Hätte ich also auch nicht mitgerechnet. Und der VfB in der U17 ist jetzt Erster mit 10 Punkten. Also das sieht auf jeden Fall gut aus mit den Nachwuchsmannschaften. Ich wollte da noch mal kurz einhaken, weil das Spiel habe ich auch mehr oder weniger versucht zu streamen, aber habe es auch mehr oder weniger nebenbei dann geschaut und es war wirklich ein Graus. Also was die da vorne dann gezaubert haben, ja klar, teilweise hat es die U17 in der Eintracht den auch super leicht gemacht, indem dann halt die Räume nicht gestimmt haben, indem sie einen Querpass die komplette Abwehr überspielt haben und dann einfach nur an der Pfosten beispielsweise man einschieben musste. Ich glaube, das war das 1-0 oder so. Gab aber auch ein paar richtig schöne Kombinationen und die haben der Eintracht da vorne dann gar keine Chance gegeben. Also es gab wirklich nur vereinzelte Situationen, wo man mit dem Konter fahren konnte, kam bis zum 16er, bis zur Strafraumgrenze, aber dann hat man den Ball wieder verloren. Also es war sowas von verdient und ja, tatsächlich war die U17 von Stuttgart super effizient, sodass es halt mit dem 0-7 auch endete. Hat mich ein bisschen an meine Fußballzeit erinnert. Kann man auch nur jedem raten, wenn da vor allem die Jugendgemeinschaften in der Nähe spielen. Schaut euch das an. Ja, echt so. Geht hin, guckt die Spiele auch. Es macht Spaß einfach. Ja, macht echt Spaß. Vor allen Dingen ja auch jetzt in der Situation, wie jetzt am Wochenende. Es war einfach ein richtig schönes Fußballwochenende. Du hättest theoretisch als VfB-Fan und auch als Eintracht-Fan nach Frankfurt gehen können. Du hättest da im Riederwald das Spiel schauen können, im Riederwald und gleichzeitig danach dann zum Stadion laufen können, Bratwurst essen und dann geht es gleich weiter mit der großen Mannschaft und mit den großen Mannschaften und ja, gönnt euch das. Man hat ja eh zu wenig, also nicht so wenig Fußball, aber als Klub-Fan zu wenig Fußball, wo man auch Kontakt irgendwie zu der Mannschaft und zum Verein hat. Deswegen nutzt das auf jeden Fall und schaut euch das an. Unterstützt die Jugendabteilung, denen geht es ja vor allen Dingen immer noch ein bisschen schlechter, meistens als den Millionären in der ersten. Ja, ja. Die nächste Gelegenheit dazu habt ihr am Samstag um 12 Uhr gegen, da freut sich der Olli wieder, Darmstadt 98. Vielleicht gibt es das auch 7 zu 0 aus. Klicken wir noch kurz auf den VfB Oberthürkheim, die ab nächstes Jahr die Frauenmannschaft des VfB bilden. Die haben ihr erstes Spiel in der Regionalliga Süd absolviert und 0 zu 3 bei dem SV Hegnach verloren. Sind jetzt mit 0 Punkten natürlich im Tabellenkeller nach einem Spiel, aber das ist natürlich nicht so richtig aussagekräftig. Kurzer Blick auf die Leihspiele. Antonis Aydonis hat beim 1 zu 2 von Dresden in Heidenheim nach 64 Minuten mal wieder Rasen gesehen, also wurde er eingewechselt. Ist direkt mit dem Mönchengladen mit dem Kopf zusammengeprallt auch und musste da behandelt werden und hat danach glaube ich auch das 2 zu 1 irgendwie mit verursacht. Also nicht so geblungen. Dresden ist immer noch Vierter mit 10 Punkten. Pablo Maffee hat durchgespielt, als Mallorca gegen Athletic Bilbao 0-2 verloren hat. Mallorca ist jetzt Achter mit 7 Punkten. Maxima Vuccia hat beim 1 zu 3 gegen Leipzig-Süd, nennen wir sie mal, also gegen Salzburg, durchgespielt und seine Mannschaft die WSG Tirol ist der Letzter. Also er war aber nicht schlecht, er war echt nicht schlecht. Sorry, der ist hier unterbrech. Danke, danke, danke. Und Leonard Münst hat sein Debüt in der Schweizer Liga gefeiert beim 1 zu 5 von St. Gallen gegen Serviett Genf. nach 6 bis 7 Minuten wurde er beim Stand von 1 zu 5 eingewechselt und sein Geil ist es mit 6 Punkten nach 8 von 10 Mannschaften und Dago Schulli schließlich noch beim 1 zu 0 von Schalke in Paderborn wurde er nach 85 Minuten ausgewechselt und Schalke ist jetzt siebte in der zweiten Liga. Ich glaube, über die ganzen Nationalspieler brauchen wir es nicht mehr zu reden. Die waren alle viel unterwegs. Endo, Sosa, Mafropanos mit den anderen Mannschaften und Massimo Béas Fagir der neue Mittelstürmer und Mola jeweils mit ihren Nachwuchsmannschaften. Sven Müsintat, Frank, ist bei Instagram. Hast du, folgst du ihm schon? Ja, ich folge ihm. Hat sie auch gleich eindeutig positioniert. Gleich gesagt, die AfD ist keine Alternative für Deutschland. Finde ich bemerkenswert, dass er sich da zum einen politisch so eindeutig positioniert. War ich vollkommen überraschend. Ich hatte erst dann die Vermutung, wo das kam, auch doch. Ja, und wo dann diese Positionierung kam, hatte ich erst die Angst. Vielleicht ist es doch ein Fake-Account, weil das sind wir ja jetzt von unseren Offiziellen eigentlich noch nicht so gewohnt, dass sie sich politisch also in Frankfurt ist man das ja mit Fischer schon seit langem gewohnt, dass sich da klar und deutlich positioniert wird im Verein. Das ist in Stuttgart schon, ja also kam jetzt mit Hilsensberger langsam oder kommt es in Rollen, aber ich glaube, es tut dieser Verein noch insgesamt schwer damit und von daher hilft es natürlich und ich glaube, das ist ein richtig gutes Zeichen. Ich glaube, das wird auch immer wichtiger, da eben immer wieder auch ein Signal zu setzen und nicht immer, also nicht nur eben, wenn dann irgendetwas passiert wie HANA, dass man dann eine Gedenkminute macht oder so, sondern dass man halt dauerhaft eben das Thema bearbeitet und weil das Problem ist auch eben überall mittlerweile wieder da. also kannst du in jedem Verein reingucken, dass die AfD oder Rechte wieder versuchen in den Stadien Fuß zu fassen. Deswegen fand ich das jetzt auch von der Art her eben zu sagen, ihr könnt wählen, was ihr wollt, aber wählt bitte schön demokratisch. So, von daher gute Aktion. Folgt ihm auf jeden Fall bei Instagram Sven. Mislint hat es, glaube ich, dann hat der VfB jetzt auch an sich die Teuter-Freihe geklärt, das hatten wir in der Saisonvorschau ein bisschen andiskutiert, Florian Schock ist das dritte Keeper, dazu hat der VfB dann noch Nikolas Klaus für die zweite beim FC Basel verpflichtet und der bildet sich das mit Sebastian Hornung und Patrick Schott, das Torte-Team der U21. Dann gibt es demnächst einen Betriebsrat bei der VfB AG, das hat es sich auch schon angekündigt, da sind es oder waren es die Wahlen und eine Empfehlung habe ich auch schon auf dem Blog rezensiert, das neue Buch von Benny Hofmann, Kurve oder Kapital, der VfB Stuttgart am Scheideweg. Es geht wenig überraschend um die letzten fünf Jahre ungefähr, also die Dittrichzeit und die ganze Scheiße, die da passiert ist. Lest es auf jeden Fall, ich habe es in einem Abend durchgelesen. So, kurzer Blick auf unser Tippspiel noch. Da führt der Mekrio vor Klanu und Simon 1893 und ich bin irgendwo unter Fernalifen, ich tippe die Achtung, Platz 108, immerhin. Ich setze dieses Jahr mal aus, ich habe da meine Tipps, das kann man vergessen. Ja, ja, bei mir meistens auch, ich tippe auch nie gegen den VfB. Es ist ja auch immer anstrengend, also das muss man auch sagen, es ist ja auch immer wieder anstrengend. Ja, das stimmt, das stimmt. Genau, was nicht so anstrengend ist, ist uns zu unterstützen. Entweder ihr macht es über Patreon, mit einem kleinen monatlichen Betrag oder über Paypal, das könnt ihr uns das Geld überweisen, wann ihr wollt. Wenn ihr das nicht könnt oder wollt uns finanziell unterstützen, könnt ihr uns auch auf Apple Podcasts eine Rezension hinterlassen, die lesen wir auch vor. Damit finden uns andere VfB-Fans leichter. Ansonsten sagt den Leuten, was ein Podcast ist, das es sonst gibt. Weist ihr von unserem Blog hin und den Podcast könnt ihr wie immer auch BestPortify und YouTube und überall, wo es Podcasts gibt, abonnieren. Und damit sind wir am Ende angelangt, diesmal ein bisschen länger, aber es war auch ein sehr interessantes Spiel. Erstmal vielen Dank an dich, Olli, dass du dir die Zeit genommen hast, nochmal über dieses Spiel zu sprechen. Du hast ja direkt vorher schon einen Podcast dazu aufgenommen und am Sonntag mit dem Erik drüber gesprochen. Deswegen erstmal vielen Dank und dann sag doch mal nochmal kurz, wo die Leute dich im Social Web finden können. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier da sein durfte. Das war auch tatsächlich die erste Podcast-Appearance von mir in einem anderen Podcast, vor allem auch im Fußball-Kosmos überhaupt. Deswegen super, dass das hier so schön geklappt hat beziehungsweise, dass ihr da auf mich aufmerksam geworden seid. Es macht Hammerarbeit und ich bin wirklich sehr begeistert von dieser Detailverliebtheit, über die ihr mit den Spielen redet. Und ich muss auch da nochmal ein kurzes Lob herausgeben. Ich freue mich wahnsinnig, das habe ich nämlich auch noch gerade entdeckt. Ich werde auf jeden Fall mit viel Genuss jetzt diese Haus-auf-Stuttgart-Folge mir anhören, weil das sind immer so Sachen, die man ja sonst so als Fan einer anderen Mannschaft nicht mitkriegt, die ja da super detailliert dann bestimmt erklärt wird. Da freue ich mich persönlich sehr drauf. Mich sieht man, hört man auch auf allen Plattformen, wo man eigentlich Podcasts hören oder Videos schauen kann. Also ich bin vor allen Dingen auf YouTube und meinen YouTube-Kanal Der Adler. Ihr findet mich auf Twitter und auf Instagram unter at Der Gude Adler mich über Eintracht Frankfurt schreiben. Ich habe außerdem meinen Podcast Everywhere mit Cola, der als Video heute Abend, also wenn wir Mittwoch sind, heute Abend rauskommt, beziehungsweise auch auf den ganzen Podcast-Plattformen. Das ist schon ein bisschen früher. Und wer Musik interessiert ist, das ist auch lustigerweise heute in dieser Woche rausgekommen, also es ist eine wahnsinnig eng getaktete Woche bei mir, findet ihr den Podcast, Under the Radar, Musik aus dem Random Word Generator. Da könnt ihr mal ein paar verrücktere Einblicke in die Musikwelt auf Spotify finden und vor allen Dingen auch hören. Jetzt aktuell mit der neuen Version von Spotify schön umsetzbar und würde mich natürlich freuen, wenn ihr das euch mal alle anguckt, auch vor allen Dingen, glaube ich, als VfB-Stuttgart-Fan, der jetzt nicht so viel mit Eintracht Frankfurt am Hut haben möchte, interessanter. Und ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und auch noch eine gute Restsaison. Ich denke, man wird vielleicht den Kontakt dann wieder pflegen, wenn es ums Rückspiel geht, vielleicht beim Livestream bei mir oder eben vielleicht auch gerne bei euch im Interview oder im Podcast. Ich freue mich. Ja, genau. Bevor wir dich verabschieden, möchte ich noch kurz dem Frank nochmal Danke sagen, dass er sich die Zeit genommen hat. Frank, dich findet man wo im Social Web? Nur einfach auf Twitter unter Frank Teufel. Ich schreibe es. bin mit zwei Kindern sonst den ganzen Tag beschäftigt, aber ich habe leider keine Zeit mehr für andere Hobbys. Nein, wobei man sagen muss, bei Twitter ich mittlerweile weniger zum VfB schreibe, sondern mehr zum Radfahren, muss man ehrlicherweise. Aber auch geil. Muss man ehrlicherweise sagen, aber vielleicht jetzt wieder dann mehr und ansonsten halt wieder nächstes Jahr am 14.09.2022 dann hier in diesem Podcast. Genau. Dann machen wir eine Sache. Also folgt den beiden auf jeden Fall, wenn ihr euch für die Eintracht, für Musik, für den VfB oder für Radfahren interessiert. Wir hören uns das nächste Mal. Achso, genau. Noch der Hinweis natürlich, der Olli hat es schon angesprochen, die Folge mit Olli Fritsch und Steffen von der Portelei, die wir in der Länderspielpause aufgezeichnet haben zum Thema Behind House of Stuttgart. Und damit sind wir es wirklich am Ende. Vielen Dank für's Zuhören. Wir hören uns nach dem Lieblingsspiel wieder. Tschüss. Und bis nächste Woche. Gude. Tschüss. Tschüss.